Ja komm mal ran hoch den Meter, finde ich gut. Oh! So. Hey, was machst du hier oben? Sag mir das mal, Alter, wo willst du noch hin? Hier oben ist Schluss übrigens, da fällst du runter. Hey. Und ich muss leider auch sagen, also so ein gemeinem Netz ist zwar nicht so riesig wie so ein eins vom Bruder vorhin oder ähnliches, aber selbst da sind die Fehlerquote zu 80% bei dir, also wie gesagt, meistens ist es dann die Heimtechnik, die irgendwie rumspinnt. Ja, das ist ein Problem, aber das ist meistens der Router, also ich hab oft noch schon mit denen geredet und hab gesagt, nee, bei uns funktioniert alles und das kommt ja auch alles an, aber ja, tatsächlich hatten die dann auch öfters recht als Icke. Leider. So, ihr heilt euch mal, da kommt mir gleich dein nächstes Spacki an. Gut. Okay. Ach ja, komm, ich helf dir wieder nach oben, kommst da. Oh, guck mal, da ist ein Dorf. Willst du dich gleich noch angreifen? Hier, warte, ich schick dich doch noch hin, du scheiß Teil. Ah, ich geh nochmal auf, wie eine runde Krieger. Na ja, mach mal. Hast, hast also auch mal ein bisschen Babacum, ja? Weckst du den down, theoretisch? Nicht mal ansatzweise. Das ist gut, dass du jetzt wieder feststeckst. Das ist halt schon Nummer zwei. Nummer zwei ist wesentlich effektiver als du Spacki. Mmh, unlimited. Ja. Ich hab mir ja immer endlich das Dorf neben mir, das ist mein Nachbardorf angeschaut. Halt so einen kleinen Stammesdörfer, da kannst du so ein paar Sachen rausholen. Sei überbauen. Um zu sterben. Klingt echt nice von euch. Hier, die Antike hört in vier Hunden auf. Sehr schön. Ich muss so vier Hunden überleben. Ja, wir zeigen Probleme. Warte, in zehn Runden? Ne, in fünf. In vier. Das ist echt bitter. Weil ich jetzt so ein paar Probleme habe. Könnte sein, dass ich ein dunkles Zeitalter rutschen werde. Und das gefällt mich nicht. Nicht mal ansatzweise. Okay. Okay. Das, dann das. Dann rüber schippern, dann das. Eins, zwei... Na ja, drei hier. Scheiße. Der wird nix. Äh... Äh... Abbeschäftigt dich. Okay. Kann das sein, dass dein, dass dein städtischer Betreiber, ähm, bei Vodafone drinne ist? Leoma? Also, das ist sozusagen, äh... Was denn? Ne, meinst Leoma. Äh, dass halt die, die... Dienstleitung quasi von Vodafone abgeschöpft wird. Jetzt jetzt die Einzelchance liegt mit dem habe. Und der muss sich mal ganz schnell da runterbewegen. So, und ich kann ein Gouverneur anfangen. Das ist gut, weil dann nehme ich doch das hier. So. Jetzt erst mal heilen. Achso, ne. Okay. Das ist die Geschichte mit dem Bogen. Okay. Zwei Runden. Kann das sein, dass... Hm? Das Spiel schon mal irgendwie Probleme macht, äh, äh, Speicheroptionen anzunehmen? Wieso? Ich stelle gerade zum fünften Mal meine Daten um, meine Speichereinstellungen um, und die wird nicht gespeichert. Speichereinstellungen? Äh... Spieleinstellungen. Spiel... Speicher? Das soll nicht Speicher sein. Automation in... Ja... cumpte ... ... Bei der improvements. Das soll doch Deutschland inıkt Lifeseker schief sein. Kamille... Das soll es auch mal sättigen, aber nicht. Ich mich aber nicht satt. енkürükים ja gold ist zeit alter bittschuss so war noch mal knapp ist ist vodafone nicht auch in der schweiz keine ahnung also ich möchte sagen ja also ich würde mir schätzen theoretisch ja aber praktisch keine ahnung ich kann mir schätzen was das problem bei mir jetzt gerade ist ich würde ja gerne einstelle grafikeinstellungen bisschen unterschrauben aber er nimmt die einstellungen nicht grafikeinstellungen ich habe die gerade auf mittel eingestellt aber ich habe auf bestätigen gedrückt und ich gehe wieder zurück im spiel und wieder die option und schon wieder ist alles hoch eingestellt prozessorauswahl ist weg alles warte mal speichern jemanns hauptmenü dann muss ich das spiel verlassen naja ich habe das spiel gerade gespeichert ich habe ihn gerade gespeichert kannst du da vielleicht mal nachgucken ich habe schon eine frames von 45 prozent 60 prozent das ist lustig die mode unterbrochen 10 minuten haben wir uns sogar unterhalten leo 9 9 die 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 Ey, mal los, hier guck'n. Ach! So. 12.12. Was ist der hier? Nö. Ach, das ist voll die Unterbrechung gewesen. Auf der 11-Minuten. Ja, das kommt doch nicht hin. Ne, eigentlich auch nicht. Dann starte ich mal das Spiel in den Bereich. Der war streamig. Das ist, ne, safe ist das nicht. Okay. Okay. So, ähm. Zack. Beladen. So. 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 Wie man von einem treuen Rechner auch erwartet. Einfach ein Update installieren. Obwohl man es selber nicht möchte. Äh. Ja. Es gäbe halt Alternativen zu Windows. Aber. Die sind alle unsicherer. Ja. Ist richtig. Aber ich wollte kennen Windows 11. Wollte nicht sehen bleiben. Windows 11 ist eigentlich noch relativ. Also ich hab schon viele Leute ge- 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 äh. Von vielen Leuten gehört, die Probleme mit Windows 11 haben. Echt? Wer? Ja. Ein Cousin von mir hat ein Problem mit Windows 11 gehabt. Du bist jetzt halt der einzige. Sonst kenn ich auch nicht viele, die Windows 11 installiert haben. Ja. Wie gesagt. Ich hab ihn. Ich hab den gestern noch gesagt. Ne. Erinnahme ich schon drei Tage. Bin ich mir definitiv sicher. Und dann auf einmal denkt er sich. Ja. Nach dem ersten Update, was er jetzt so hat. Beim Population-Sicherheits-Update wahrscheinlich. Also der erste Wünsche, das Update für Windows. Danach hat er direkt noch eins runtergeladen. Ich hab's nicht mehr. Ich schaffte mich auf mein Profil einzumelden. Hat direkt runtergeladen. Ja, jetzt hast du Windows 11 gekauft. Ich sag, was? Also früher oder später müssen wir ja eh auf Windows 11, äh, runterschrauben. Oder? Ja, runterschrauben. Runterschrauben ist das richtige Wort. Also. Ich weiß nicht, was ich heute alles an Trävern installiert habe, ne? Ich hab's ja auch schon wieder, wahrscheinlich jetzt ähm, die nächsten Tage an mit, äh, Updaten. Ja, aber das Updaten. Also ich hab, ich hab ja kein, kein, kein Update gehabt. Ich habe... Ja, die Treiber halt, ne? Die müssen auch mal abgenutiert werden für später. Ja, ist ja richtig. Aber ich habe, ähm, heute erst mal ein Problem gehabt. Erstmal mein Update von den Treibern. Ähm, ich sag jetzt mal komplett für den Arschbar. Also, also, ich durfte mir dreimal Träber runterladen, bevor überhaupt, ähm, war die. Ich hab nicht mal Ton gehabt. Nicht mal das. So, jetzt können wir wieder rein. Jetzt hat's ja die Einstellung alle genommen. Einladung hast du bekommen. Ich hoffe jetzt mal überspringen keine Frames mehr. Ja, ich mach das jetzt. Das ist das lustige, was ich jetzt auch mittlerweile bei Battlefield 43 habe. Warten? Ich hab ja, ich bin ja ja mittlerweile, ich bin ja jetzt seit einigen Zeit, äh, 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 Battle 24 24. Und da hab ich auch dauernd einfach, weil ich, äh, einschauen wollte oder spielen. Weil ich hab ja den Game Pass ja noch haben. Weil ich hab endlich den Game Pass wieder. Ja, ich steh irgendwie, wo man den Saison spüren guckt, ey. Hat er 4-2 in der Aufnahme, das wär ja geil. Was ist das Schlimm daran? Was ist das Schlimm daran? Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den Gewalten in der Zeit. Ja, gut. 1442. Ist das nicht das... Ne, das ist das neue, ne? Es ist schon etwas älter. Okay. Aber ist es zum Beispiel 7 mal verfügbar gewesen? Oder ist es noch verfügbar? Ach, es schien 21. Ne, das ist nicht das alte, was ich meine. Ne, sonst Battlefield 2042 ist relativ äh, äh, alt. Das ist ja 2019, 2018 raus. Ne, 19. November 2021. Ne, 21. Ne, 20. Ne, das ist schon 4, 5, Xbox One und Xbox X und SCWs. Das muss man schnell bauen. Ähm. Äh. 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 Ich bin mit dem Sport hier echt nicht umzufrieden. Äh. 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 In dem Fall, Leute. Jetzt müsst ihr mal kurz gucken, wo da die... Ich denke, da ist das Ding. Ach, Kacke, ey. Ich kann nur grässlich werden. Das ist ein Handwerker. Äh. Gut, ich muss sowieso erstmal die nächste Runde machen. So, ganz, 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 ganz langsam. Und neben dem Hotel komme ich ins Spiel rein. Ganz langsam. Ja, ja. Ja, ja. Ganz langsam. Die hat da früher... 2142 hieß es früher. So. Einmal einen Typen besiegt. Eine feindliche Einheit. Was schon mal gut ist. 2142 kam am 19. Oktober 2006 raus. Das war schon Moch. Wahrscheinlich so, ne? Okay. Ähm. So. Gucken wir mal auf... Wir haben jetzt einfach mal ein Battlefield. Jetzt von Metacritic. Battlefield. Geht mal alle Teile habe. So. Können wir eigentlich alle Teile ausspucken. So. So. Können wir eigentlich alle Teile ausspucken. Und für'n PC mache ich jetzt einfach mal. So. Goldenes Zeitalter. Baby. Ähm. Jetzt brauche ich... Ich erpesten den hier eigentlich. So. Wo war ne? Dafür ne? Hier. Ja, die Tante. Die packen wir nicht da rein. Da rein. So. Ach. Da sind sie schon wieder. Ach du. Kacke. Was denn? Mit der Position von dem Lager habe ich nicht errechnet. Ähm. Hatte ich eigentlich schon. Scheiße. So. PC. Kann man sortieren nach Veröffentlichkeitsdatum? Ne. Ähm. Ähm. So. Alter. Battlefield-Teile das gibt. Okay. Müssen wir anders suchen. So. Battlefield. Das erste war 42, ne? Ich hab damals gesuchtet wie Sau, ey. So. Battlefield 1942. Hatte ein Score von 89. So. Dann haben wir Vietnam. 2004. 34. Dann kommt man jetzt hier raus und so. Boah ey, ich hab eine geile Hande auf mich. Die haben nicht ernsthaft, mein der Dings-Auswahl. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ich bin maximal vom Stich und überfordert. So, 84 hat er Vietnam. Bitter 4-2. Eines tatsächlich mit der besten würde ich fast behaupten. 91. Wollen wir jetzt einfach auf das Spiel eigentlich. Die Schwermechaniken kommen doch alle erst noch. So, Mittelfiel. 21, 42. Hat er immerhin schon 80. Ist das jetzt ein schlechtes Symbolik? Red Company, definitiv ein hoher Score. 83. Okay. Kann ich suchen. Battlefield 4, was lasse ich mal aus, weil das mal mach. 1943 war auch ein super Teil, auf den hat man lange gewartet damals. Eine 82. Red Company 2. Eine 87. Nicht schlecht. Battlefield Online, Battlefield 4. Okay. So, dann kam Battlefield 3. Das war der Haupttitel damals. 89, genau. Battlefield 4. Ja, ging dann so. 81. Battlefield Hardline. Das haben ein paar Leute gespielt, aber nicht so besonders. Ich hab's auch schon gespielt. Es ist interessant, aber... Es ist halt... Du bist am Anfang erst mal 10 Minuten beschäftigt, bevor du im Spiel reinkommst und dann hast du ein Pech. Deine Speicherplatten sind nicht übernommen worden. Und darfst du von vorne spielen. Battlefield Hardline ist ja eher ein Koppspiel. Na ja, ich guck mir das gerade an, was so... So, Battlefield 1 hatte dann wieder einen Topscore mit 88. Battlefield 5. Dann glaube ich auch nicht so der Bringer. Äh, 81, sag ich ja. Und dann kommt jetzt Battlefield 2042. Jetzt bin ich aber gespannt. Alter. Viel Spaß mit dem Spiel, ne? Ich hab's schon gespielt. Das ist ja schlecht... Das ist das schlechteste Battlefield? Ja, es ist das schlechteste tatsächlich. Also, du schießt... Du schießt mit modifizierten... ähm... Militärwaffen. Das sind nicht mal neue Waffen. Das sind einfache, jetzig... Aus dem jetzigen Bestand Militärwaffen. M4s... Ganz so meine Pistole. Nur mit aufregender Sensorik installiert. Mehr ist es nicht. Okay. Nur ein paar Sekunden. Rezensionen. Just play any other Battlefield. Nur gekauft wegen Black Friday Deal. Gedacht, mit 70% Rabatt kann man nichts falsch machen. Nee, falsch gedacht. 8,9 Stunden. Purer Hass. Äh... Äh... Ich hab... Erstmal gedacht... Erstmal die Spiele... Ist einfach... Apropos Lütze pur. Ist nichts... Nichts geileres und äh... Nichts kresteres. Okay... So... Der strengig war ein bisschen an da drüben. Wieso nicht wo du bist. Ich weiß nicht, was meine... Meine Einheiten von mir jetzt wollen die ganze Zeit. Das ist halt die Frage. Gekauft, gespielt, zurückgegeben. Ich liebe diese Rezensionsblöcke. Identitätskrise, Wetter 4 2042. Wetter 4 2042. Moment, habe ich den... Nee, habe ich leider nicht. Das war auch... Nee, muss ich das halt auspiepen. Moment... Muss ich erstmal kurz meine Runde machen. Die Rezension ist die... Das sind die Pistato-Ideen, aber... Äh, 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 äh... So. Kann sich eigentlich schnell mal gönnen, ne? Gönnen, gönnen, gönnen. Dann gibt es keinen davon. Okay. Ich würde lieber hier den Namen des besten Stück des Mannes einfügen, als Armbanduhr tragen, als nochmal eine Runde Wetterfiel 2042 zu spielen. Die Alt-R4-Funktion funktioniert tadellos. Beste Battleteat, Alter. Ich dachte, einen größeren Unfall als mich gäbe es nicht. Das ist nur von Hongkong. Hä? Ich habe England gefunden. Ich frage mich nicht wie. Ja, ich bin schon mit Beziehungen, äh, mit Verhandlungen und Beziehungen und mit England verbunden. Echt? Aber wir wollten halt keine Freundschaft bisher. Ja, nicht mit dir. Oh, leck mich da. Ne, grad nicht, du. Ne, ne, ich hab... Ich führe gleich drei Funden Krieg. Wo kam ich Kämpfe? Gegen Barbaren, oder was? Aha. Ist doch halt easy. Oder hast du Krieg gemacht gegen... Nein, 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 ich hab doch keinen Krieg. Niemandem Krieg erklärt. Ja, siehste. Ich würde doch niemals den Krieg verstehen. Hallo, Viktoria. Ich bin... Es ist zu früh, eine solche Verpflichtung einzugehen. Schüchtern. Den stimmst du auch nicht zu. Ist gar kein Problem. Was haben wir denn so? Lass mal du so. Du hast ja auch nichts. Du hast schon eins, du blöde Protze. Äh, du hübsches Mädchen. Yes. Kann ich mit dir überhaupt in die Handelsbeziehungen gehen? Ja, könntest du, wenn wir uns schon getroffen hätten. Ah, ne, da bist du ja. Ach. Ihr seid an der Reihe. So, ähm... Ach, Kunde mal wieder. So, ihr... Nein, nein, nein! Steht ihr nicht ernsthaft da und wartet auf den nächsten... Ey, seid das so fein verloren. So, gut. Äh, ja. Dann... Das Spiel wartet auf mich. So, erst einmal... Das ist doch neulischt. So. So... Ich gratte jeden Moment eigentlich noch, als ich vernichtet werde. Ey, ich mach, glaube ich, ein Spiel. Ich glaube, bei den Zuschauern... Das Game zocken, würden sich nur an die Köpfe fassen und sagen, was tut der Vogel denn da? Hey, ist die erste Runde, meine ich, bitte. So, Augland ist meins. Was haben wir denn da so? Hier, die können doch Helfer aufstecken. Achso, die sind ganz verdeckt. Okay, die können nicht so gut aufstecken. Das war kein Problem. Ja gut, ihr könnt mir da bestimmt helfen mit aufdecken. Ja, hier kommen wir noch ein bisschen Naturkommens abdreh ich. Friede, Freude, Eier. So. Ich muss die Eier ausschalten. Erst kommt ein bisschen Battlefield-Chiming wieder. Keine bessere Erfahrung, die installiert das Spiel. Die installiert das Spiel. Die installiert das Spiel. Die installiert das Spiel funktioniert ohne Probleme. Ich suche mir jetzt wirklich die Juden, die da rausziehen. Also sowas wirklich. TÜV begeht Selbstmord. Scheiße. Niemand liest Rezensionen. Also sag ich einfach mal, dass ich schwul bin. Oh, schön. Kann man auch machen. Ja. Und ich darf mit COD ihr schlecht. Ich werde das Spiel permanent aus meiner Steam-Hybrothek entfernen lassen. Mein Trauma ist nun endlich vorbei. Okay. So. Weiter. Äh. Kannst du bewegen. Lass dann weiter ran. Am Anfang passiert ja eigentlich nicht so viel. Hä? Stadt rebelliert. Ich habe keine Ahnung. Nicht gut diese. So. So. How? Oh. So. 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 so dann bauen wir doch mal unser 100 zu ändern so 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 Es ist wahrscheinlich das größte Desaster der Videospielgeschichte. Nein, es gab E.T. Ich würde lieber Windra kaufen. Hast du schon fertig mit der Runde? Ich habe keine Gegenmöglichkeiten momentan. Du musst jetzt gerade gucken, dass ich meine Stadt halten kann und die nächste Stadt, die ich unter Kontrolle habe. Du schaffst das schon. Ich vertraue dir dann. Ich bin auch nicht so wirklich gerade. So. Schau, wo das gefällt über uns. Komm, inner davon. So. Oh, ein Gesandter. Also was sind wir noch? Da ist das nächste Dorf. Okay. Hallo. Ich würde hier gerne Eisen und Co. abbauen, weil ich glaube, das würde mir in gewisse Situationen Vorteile bringen. Aber? Aber? Aber ich kann es ja nicht. Ich habe keine Mine. Brauch doch ja. Oder ich... Musst du bloß mit dem Bautrupp darauf. Ich weiß. Also ich weiß zumindest, warum dieses Battlefield in Game Pass irgendwie rutscht ist. Weil die die Einnahmen brauchen. Oh. Sie haben nur mehr Ausgaben an, 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 an. Wie fand's? Also ich sag mal Battlefield 25. Ich habe es ein paar Stunden gespielt, danach habe ich den Rest dran verloren. Du machst jedes Mal dasselbe. Jedes Mal. Es gibt keine Story Mode. Es ist nur Multiplayer. Nur gegenseitig in die Gegend. Okay. Wie geht es schießen? Ja. Du musst das nicht. Du musst das nicht. Du musst das nicht. Ähm. Geheil... Behandelt werden müsste. Ne. Ich... Dann machen wir das mal. Ich habe immer noch keine Ahnung was ich tue. Geheil... Die Einheit ist am stärksten. Die bleibt in der Außenfront. Und... Dich schicke ich mal kurz ans Gebirge. Damit ist die Einheit erstmal ein bisschen in Sicherheit. Gefährlich ist Battle für 2042. Die haben 2042 spielbar. Pfff. 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 Ich hatte zumindest innerlich geschrieben. Ich finde diese Sprüche manchmal echt lustig. Ja, ich bin besonders aufgetaubiger hier manchmal. Aber ich muss eine Einheit jetzt an die Stadt ins nächste Dorf bringen. Oder dort eine Einheit ausbilden. Wir tun... Antwort B. B! 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 Oh, sehr gut. Ich habe einen ersten Freund. Eine Delegation schicken. Einen Abkommen. Offene Grenzen. Automatische Gunst und bisschen Gold. Für eine Alpha echt solide. 5 von 7. Und dieses Spiel lässt Timo's in general wie ein Meisterstück aussehen. Leben macht mehr Spaß als das. Oh, Alter, der ist so böse. So, erstmal hier den Heureka. Den Heureka? Das bin mir gern enttäuscht. Ich brauch mehr Bauern heute. So, endlich ein Eisenradio gebaut. Das ist doch super. Zum Heilen für Chancen. Ich werde mal diese Information auflösen und euch mal ans Gremsgebiet schicken. Ich möchte euch, schickt euch mal die nächste Stadt. Das war für nächstens. Zum Heilen für Chancen. Zum Heilen für Chancen. So, hallo. Und abkoppelt. Was Großes, was Fundamentales. Etwas, was die Welt über die Baukunst meines Landes erstaunen wird. Du bist doch hier der koreanische Sonnodeck, oder? Erstmal bin ich eine Si, ja? Ja, du bist diese koreanische Königin. Ich bin eine Si, genau. Gut, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber ich habe dir ein Geschenk gemacht. Und das hast du mir ein Geschenk gemacht? Ich glaube aber ja. Ja. Diese Zeit ist noch nichts zu sehen. Es kann nur sein, dass meine Runde schon zu ändern ist. Vielleicht auch nicht. Ich hatte dir ja schon eine Freundschaft zukommen lassen. Was haben wir denn? Einen Stadtstaat? Ihr habt einen Stadtstaat getroffen? Ne, was wollten sie von mir? Oh, das! Oh! Ein ganzes Eisen? Ach, das ist aber... Ach, das ist aber sehr nett. Hab ich überhaupt Eis? das ist alles ist ja noch weniger ich versuche euch wieder eine aktive bereitschaft ihr bleibt dort beziehungsweise geht in diesen bereich ich habe einen ich habe einen der 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 unterstützt alter alter 4 3 2 3 Also ich würd's mir nicht, also nach den Rezessionen würd's mir wahrscheinlich nicht mehr mal runterladen. Ich hab auch schon deinstalliert. Oh, was ist denn das? Oh, hab ich da noch nie gebaut. Ich hab was neues gefunden. Oh, sehen die schön aus. Da, 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 da. Das muss ich mir ja nach nem ihr eigneten Platz hinsuchen. Das hier ist doch gut. Ihr dürft euch ausruhen, ihr dürft euch ausruhen. Letztlich mal aufhören. Das ist doch... das ist doch hoch, du Müll, hier der Platz. Als Mensch halte ich dir für, dann schwimmen wir mich verarschen. Ähm, nee, jetzt hier ist, äh, das Game, oder? Jaja, das, äh, die Runde gerade. Wie? Und, wenn ich nicht hier bin. Haben wir ihn so, kann man ihn, hier, nach Empfehlungen? So? Ne? Wird nicht? Was musst du mal denn... ... ... ... Superpower 3, was ist Superpower 3? Habe ich noch nie von dir gehört, das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Okay, ihr Parlament stimmt damit erstmal nicht so. Schade. Hä? Ja, egal. Ne, ne, hier, Victorias Parlament. Was soll das denn? Das hat ja extrem viele Trailer und sieht gar nicht so kacke aus eigentlich erstmal. Wüstenteils negativ, jetzt wird's wieder lustig. So, Moment, jetzt muss ich erstmal schnell meinen Zug machen. Äh, du da hin, äh, du gehst jetzt mal da oben hier hin. Ähm, äh, äh, nicht so hektisch bitte, Leute, ne? Also, ganz in Ruhe, jeder ist hier nochmal dran. Äh, du da hin. Okay. So, das ist jetzt wirklich auch nur englische Rezensionen tatsächlich, die auch sehr lang sind. Ich bin leider nicht da rüber. Produktion wählen. Oh, ich möchte dir das haben. Bisschen runter. Welchen technologischen Stand bist du jetzt? Immer noch auf dieser Seite wie ich jetzt? Nee, ich hab grad mal geguckt, also, du bist ja, nee, also, technisch, nee, also, ist okay, also, technisch standst du mir beide bei mir nicht. Nee, das ist ja klar. Ich war nicht fertig. Mensch. Steams Rückerstattungssystem ist das einzige, was wirklich ganz gut funktioniert hat nach dem Kauf. So. Ich will dahin, wo der steht. Da will ich hin. Oh, gehen wir nicht auf den Zünder hier. Da, da, da. Obwohl ich eigentlich hier unten auch gerne hin will, ne? Also, hier, das ist ja schon lecker. Vielleicht zwei davon. Ach. Ich möchte nicht die Abgesandten entschieden. Achso, äh. Ja, 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 also, die EA Fußballmanager-Geschichten generell, ähm, ich hab, äh, jetzt wieder FM-14-Rund-Dailer angehabt, hab mir das angeguckt, ähm, war jetzt, naja, schwierig, ähm, weil ich das jetzt ja update habe, also nicht mit dem, mit dem Offizier, das gibt ja so eine Seite, FM-Zocker heißt die Globe, und die machen das auch. Und, ich muss ja immer wieder sagen, ich mache das ganz gut, aber als ich dann die Preise habe, was, äh, die EA-Bilding habe, und die machen kostenlos, muss ich sagen, irgendwie war es cheap. Also, klar, für mich ist das, äh, als Consumer, ist das halt, ne? Konsument ist das halt ganz gut, aber, äh, finde ich halt ein bisschen schade, dass die halt nicht mal, ne, 5 Euro was hat, ne? Ich meine, die machen sich ja auch eine Menge Arbeit damit. Äh, das brauche ich, das will ich haben, das brauche ich da hin, ob ihr das wollt oder nicht. So, und... ... Oh, 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 oh. Lalalalalalalalalalalala. Gut, wir haben auch das Jahr seit 4000 Christus und doch nicht nach Christus. Wahrscheinlich werden wir ja erst nach Christus in der technologischen und der moderneren Zeit online. Ja, toll. Sorry, ich war gerade das Jahrtausende. Das kann auch Jahrtausende dauern. Nein, wir sind gerade 350 vor Christus. Easy going. Wir haben keinen Stress. Sehr gut, kein Stress. Entwicklung mit eigenem Bein. Das ist das Dummste, was ich jeweils gemacht habe. Nein, du hast das falsch ausgedrückt. Du hättest sagen müssen, ich brauche ihn nicht. Nein, die Pforte ist gut. Scheiße, ja, ich habe gerade eine kleine Überschwemmung. Moment, ich muss hier gerade ein bisschen Wasser schütteln. Ist vielleicht jetzt nicht das Beste. Superbarem Land. Super, das ist das. Ja, geil. Ja, 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 ich schüpp noch. So, Siedler. Ihr zieht euch bitte zurück. Und Sperrkämpfer schicke ich an die Front. So, jetzt brauche ich wieder die Modernisierung drauf. Ja, aber ich spiele Fußballmanager extrem gerne und gerade den Tor-10er finde ich echt nicht schlecht. Der 13er war noch besser, aber der Tor-10er hat halt noch die Match-Analyse und sowas und die Kader-Analyse. Finde ich an sich nicht verkehrt. Macht echt mächtig Laune, aber halt erst, wenn du wirklich alle Updates von dieser Seite darunter hindern kannst. Da läuft das Spiel auch echt gut. Also, ich glaube, ich habe jetzt geschafft, ihr habt eine Mannschaft von der Kreisliga hochsteigen zu lassen zur Regionalliga. Und das hat schon überlegt, aber ich glaube, fast jede Saison bin ich aufgestiegen. Außer die erste. Ansonsten, ja, ne, EA ist auch nicht ohne Grund Early Access. So, erstmal mal nochmal. Guck mal, wieder schick aus. Habe ich noch mehr Kämpfer zur Verfügung? Ihr geht bitte dort hin. Und jetzt muss ich ne Bewässerung. Abwählen und ne Einheit benötigt, äh. Ausruhen. Ausruhen. Nächste Runde. Du bist. Ah ja. Fertig. Ablust, stell, ich nehme mal meine Städte um. In Puffismania? Hm, hm. Geil. Oh, Mann. Schöner Name. Leo war mal hier. Ach, ne, siehst du mich? Ja, dann ist er gut. Ah, ich habe mich halt dafür von Lass die Fähne. Oh, Gott. Oh, das ist ein neuer Stadtname, ey. So. Ja, das Spiel macht mir Spaß. Di, da, di. Jetzt hol ich mir erstmal ein Händler. Ich habe hier keine Straßen, nichts in meinen Kackdörfern, ey. Da, 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 da. Oh, ich könnte. Oh, ich könnte. Oh, oh, oh. Hä, wieso siehst du eigentlich meine Städte? Wieso sehe ich dich nicht? Ich? What the fuck? Ich? Ja, ich sehe dich nicht. Äh, Aachen? Und, äh, Le Playmouth? Der sehe ich nicht. Wahrscheinlich bist du, hast du dich wieder zurückgezogen? Warst du schon hier unten bei mir? Ich sehe, ich sehe, Leo war hier. Äh, ja, ich habe Zeit dafür und für die Fans. Nee, ich die Städte. Ach, da war es deiner. Ja, Mensch. Ja, schön, dass du hier oben warst, ne? Ich habe ein Speer da unten. Wie, Moment, ich bin unten? Ich habe, warte, ich bin oben. Ja, ich bin hier oben. Hier, ich bin schon beim, äh, Dishvangol. Okay, ja gut, äh, ich bin, keine Ahnung. Ich sehe gerade Natsga oder wie das Ding heißt. Übrigens ein extrem hässlicher Name, ne? Den müssen wir mal erobern, umbenennen. Den haben wir noch so. Oh, Spyro ist ja auch noch da. Siehst du, Spyro, du kriegst auch noch eine Statt. Uuuuh. Scheiße. Okay, hör mal, wenn du bei den Negatives. Ich meine, Speer sind auch beide echt beklackt, ne? Die kriegen es nicht hin, einfach mal hier runter zu gehen, um zu gucken. Die warte schon da unten in der Zeit am Polarkreis rum. Soll ich ja. Was ist denn? Oh, gut. Nice. Huh? Das ist ein. Ja. Oh, gut. Oh, gut. Oh, noch ein. Schmerz sich die Dinger, aber hier rein weiß ich auch aus, ey. Eureka! Oh! Komm ich fertig. Ja, 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 das ist richtig. Aber ich sag mal, das kannst du halt im echten Leben ohne wissen, ne? Äh, was hat ich denn jetzt hier ausgelassen? Ich geh hier ums Ritt, hier, ich hab das ausgelassen. Das heißt, die B-Din steht hier. Und dann muss ich das erstmal noch nachziehen. So, und dann können wir uns mal ganz hier trost. Ich will jetzt auch nicht zu weit reisen. Ähm, eben Punkt mach ich noch. Ich will, wie gesagt, ich will nicht zu weit. Das heißt, wir bewegen uns hier in dem Feld. Also geh ich hier. Ja, haben's ja. So, äh, pop, 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 pop. Äh, la, di, da, 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 da. Ich komm so ein Ding da hin. So. Ich weiß nicht, wie ich so ein Ding jetzt mal holen. Wie wäre ich denn da hin, schicken? Dann hatte ich auch schon einen Blick gehabt. Dann können ich mich theoretisch eins, zwei, drei, vier. Dann können ich hier ungefähr noch eine Stadt einsetzen. Eins, zwei, vier. Zwei, zwei, drei, ja, genau. Das funktioniert. Ne, guck mal, da kommt ja dieses berühmte Sprichwort. No risk no fun. So, und du bewegst dich als erstes. Ich hätte da ganz gerne, dass wir die Straße. So. Ich muss den See wegen. Mach doch. Ich hab schon einen Hafen. So passend. Ich hab auch gar keinen Hafen. Ich hab auch keine Platz in diesem Hafen. Ich bin ja mitten im Land. Deswegen bin ich jetzt immer noch Säge. Jau, das hört sich doch gut an. Da unterstützt ich dich zu 100%. Ich hoffe, deine Schiffe werden immer da ankommen, wo du sie haben möchtest. Also auf dem Meeresgrund. Nur zum Beispiel erstmal. Ich brauche aussehen. Reicht denn das hier noch? Ich würde gerne das da behalten. Das hier auch. Das ist echt ätzend gerade. Wo diese Gewissenskonflikte? Da müsste Kim wohnen. Okay. Kann ich noch nicht. Also werden wir jetzt erst einmal das bauen. Ich möchte gerne... Ich... Ich... Ich hab jetzt auch einen Eisen. Was nochmal ist das? So. Ganz wichtig. Geht schon da. Das ist ein Wüstenfeld. Also macht das hier weniger Sinn. Wenn ich die Reichweite dadurch... ein bisschen weniger haben, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das kenn ich. Ich probiere einfach... Ich probiere mal was aus. Leo macht auch gar nicht. Oh. Weltkongress. Ah, die Vorgeschichte der UN. Quasi. Es ist die Vorgeschichte der UN. Also ich bin dafür, dass wir... Weil wir unsere Wissenschaft ja voranbringen wollen... Ein bisschen den Wissenschaftler rausholen. Einfach mal ein bisschen Punkte rausbringen. Öffentlichkeitsarbeit. Ansonsten... Wird ja wohl keiner versuchen, irgendwie hier einen Krieg anzuzetteln. Also ist mir der Goll egal. Ich bin froh. Eingericht. Ich hab keinen. Du kannst dafür oder dagegen stimmen. Ich weiß. Und dann musst du halt runter noch auswählen, was oder wer. Ach. So, wie hat denn der Weltkongress entschieden? Angen... Ouh. Das ist aber sehr liebreitend. Ich werde diese Thematik, den wir wollen, natürlich nicht ausnutzen. Es ist schön, dass ihr mir so sehr darin vertraut. Da gibt's zwei, da. Ja, schön, dass unsere Nationen alle einig sind. Ja, nicht alle, aber ja. Ja, die, die gemacht haben, reichen. Ich würde sagen, also die, die die gemacht haben, die reichen mir. So. Jetzt hügel, jetzt das, äh, den, den Fluss, die Überschwemmung wird gemildert, indem ich einfach einen Staudamm da hinsetze. Und jetzt habe ich noch einen Staudamm da hinsetze. Zukünftig werden Verschwemmungen nicht mehr so unkontrolliert haben. Hohe. Ja, ja. Ich so gut. Ja. Und jetzt, du musst jetzt uns ein bisschen herun. Ich so gut. Und jetzt, du musst du hier und da recherchieren. Arsettet hat mir dann ein bisschen zurück. ich nehme eine klassische republik für die republik die republik wurde ja am ende in eine galaktische umgewandelt aber egal muss es ja nicht kommen natürlich oder ein terranisches imperium oder die terranische sie peri hört sich doch gut an alles gut forschung sind die denn ich habe hier keine sau ich musste hier andere bauen was hier noch fehlt aber schissbau kreiforschung forschung gar so benötigt Ihr dürft euch kurz ausruhen, während die andere Einheit den letzten Feind aus Playmove besiegt. Damit steht wieder Playmove für den generalen Schutz. Ihr dürft euch in der Bereitschaft versetzen. Abwiederwiesung. Also langsam kapiere ich das Spiel, langsam verstehe ich was. Echt? Also bisher habe ich jetzt keinen gravierenden Fehler mehr gemacht. Jeden Feind, der in eine Nähe kommt, habe ich direkt auseliminiert. Habe ich keinen gravierenden Fehler mehr gemacht. Der war gut. So, ich weiß nicht, was ich gegen Überschwemmungen tun soll. Staudermord. Oder ein Wunder. Das wird dann hier oben. Oh, ich habe die Bonne an. Fertig. Doch, ich war schon fertig. Wie geht es nicht um, wo wir kommen? Ne, eh nur noch. Ich glaube, das ist das. Du musst da forschen. So, ja. Das heißt, Stützpfeiler, die forschen. Die habe ich bisher noch nicht. Nein, das glaube ich auch noch nicht. Habe ich mir sogar ziemlich sicher, dass das noch nicht der Fall ist. Nein, habe ich auch noch nicht. Das heißt, damit muss ich erst mal leben. Boah. Macht nur ab und zu mal die moderne Sion kaputt oder so. Boah, ich gehe mit dem Sarkasmus langsam. Hä? Ah, ich gehe mit dem Sarkasmus. Warte, denn wieso? Das ist ja normal, wenn ein bisschen Wasser da ist. Musst du halt ein paar Sachen reparieren, neu aufbauen. Aber dafür bekommst du auch Zeit, weil ich mehr Nahrung. Ich gehe mit dem Sarkasmus, ne? Ich bringe keine Musik mehr. Musik? Was ist meine Musik? Wie sieht es denn so in der Welt aus? Das gefällt mir doch gar nicht. Was sehe ich denn hier? Das gefällt mir ja alles nicht. Ne, 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 da müssen wir dagegen arbeiten. Das läuft so nicht, Leute. Ich wollte ja hier im Frieden arbeiten, aber... ...so gnadenlos die Pertole auf den Fluss setzt. Denn die Pertole jetzt auch... ...dicken die da raus, ne? Also das ist ja wohl das. Lalalala. Erstmal das Hinterland, damit ich mir eine stabile Versorgung habe. Und jetzt da hin. Lalalalala. 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 Wir fick' ich mal ein bisschen. Stay mal nicht ganz so cool. So. Jetzt wird's ja... Wie geht's da hin? Nääääääääääh. das ist ja ein träumchen ich habe drei anfragen für eine freundschaftserklärung da hast du nichts anderes zu tun oh mongolei hat mir auch ein vorgeschlagen da würde die gute christina ne viktoria das nehmen wir doch gerne viktoria dafür dass du mir so einen unformellen zwang hier aufgesetzt hast dass ich hier schon wieder nacharbeiten muss natürlich ich wollte nur putzen wenn ich fertig bin oh war dein zog auch schon zwang ne das ist ja das ist ja das ist ja schon mit der Paralyse. Na, 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 was ändert das halt auch mal. So kann ich mir das Fettig nicht schlippen. Ich muss zwei Runde, bis der Osteen und so lange warte ich jetzt noch. Erstmal einen Stau da mal richten, weil mir geht diese Überschwemmungsscheiß nicht. So, na. Man muss halt auf die Naturgewalt mal zeigen, wer hier den Hammer an der Hand hat, ne? Ganz genau. Wird da eine Nachricht erhalten? Als Salam عليke. Ente tanschur als Sitka walmahabba ta biaf'alik. Ja, noch nicht. Da würdest du noch putzen, der Onkel. Welche Religion gibt's denn mittlerweile eigentlich? Aber ich dürfte beim nächsten Fortschritt auswählen, könnte ich den Schutzpfeiler auswählen. Naja, siehste. Habe ich jetzt gerade im Technologie-Fortschritt auswählen. So. So. Ja, natürlich kriegst du noch dieses. So. Oh, na bitte. Wo geht der da unten? Du gehst da. Oh, du bewegst dich mal ganz geschmackt. Ja. Die TV-Jute da bin. Grüß dich. So. So. Wie tragisch. So, was haben wir denn hier? Äh, b-b-b-b-b-b-b-b. 1. 2. 1. 4. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. Ich hab zwei Handwerker gehabt. Da hab ich jetzt. Immer noch Ärger mit Perger. Ja natürlich. Immer. Wieso? Was soll ich denn machen? Oh ne. Du bist unschuldig. Du bist unschuldig. Ja. Was soll ich doch? Nein. Ich sitz. Bitte mal in Übersetzung. Ich hab hier zwei Fotos drin in meiner Leitung. Ich sehe gerade. Wie viel waren das? 30 FPS runter. 25. 40. Aber gut. 12 Zeit wird schon durch. 43. Es ist? Fast eine Stunde her. 50. 52. 45. 45. 46. 48. 42. 43. 43. 42. 44. 44. nicht beschweren und wie geht es dem kleinen bärger da wird gefragt und wieso von wem vom g tv also aus meinem chat wird gar nicht überlegen ob ich ernsthaft antworten oder ob ich mir jetzt eine bespruch einfallen lassen wieso einfach nur so seine antwort ist meine antwort um das bitte weiter aufbereitschaft gut ist einfacher ich verschanze dich jetzt da kurz ich lauf jetzt weiter runter noch ein bisschen mehr von den dingern hier und den da aber ich bin aber auch momentan ist sehr lange rp-pausen drinnen momentan äh nee bin ich nicht also wie schensch war ich nicht und werde auch nie hin und da ja gut ja deine leitung ist wieder mal gut dabei ich meine und das ist kein unterricht ist mir kaum aufgefallen ja ja warten kurz hab hier ein bisschen mehr zu tun gerade und da Fuck. Hier. Was ist denn da? Naja, hab ich Amo schon mitgekommen. Das haben wir schon mitbekommen, dass dein Stream gerade nicht das machbar da soll. Naja, das ist immer so eine kleine Problematik. Bezugene Weise. Monarch-Router kommt Eis an, dann liegt es wahrscheinlich am Router. Und da streiten wir uns seit Wochen und Monaten, dass ich von den neuen Router kriege. Ja. Aber die sagen halt, ich hab schon den Besten unter... Nein, hab ich nicht. Ich hab einen Schrott-Router von denen. Wer von denen ist der Beste? Ach genau, oder? Äh, ja. Ähm. Ja, ähm. Ähm. Ja, weiß ich. Hat dich gemacht tatsächlich? Also, ich hab geantwortet. Jochi. Moin. Und... Joa. Also, ich kann dir sagen... Also, ja, ich hab ne lange Pause. Ähm. Aber... Wie schön, schwar ich nie, werde ich nur sein. Bei mir war das sehr viel mehr zu sehen. Und... Wie. Und... Wie. Und wie. Also, ich bin ja auch früh recht aktiv. Also, jetzt auch schon momentan Zeit. Ich hab damit angefangen relativ, aber wusste wieder, muss ich tatsächlich ganz schnell wieder weg. Also, hab äh... tatsächlich da, glaub ich... Ich habe bisher 12 Stunden verbracht, beruftechnisch, äh, ja. War das nichts. Da hast du Ausgeburt allen übelst. Ich habe für ein Hardcore, die Server braucht nicht so extrem viel Zeit umstehen und die habe ich nicht. Ja, momentan sind wir, äh, ja, gemeinsam sind wir eigentlich in den Jungs wo und ich momentan noch gar nicht, also. Kann ich ein Pendel in das durchschauen? Natürlich. Jetzt hätte ich. Ich kann hier einen Scheiß aufdrücken und kriege nicht mehr hier einen Scheiß selber unter dir drücken. Kannst du das vergessen? Ja, dann spiel ich nicht mit. Da, 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 da. Der Tretik in den Arsch. Wollen wir das denn? Da, 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 da. Da, 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 da Das muss ich mal. Damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass ich hier gegen arbeite. Ich hatte das. Äh, ich hatte das Ende vom Wald gar nicht mehr mitgekommen, aber... Ja, um ehrlich zu sein, darf er echt nichts verpassen mehr. Also das Ende vom Wald war am Ende nur noch tragisch und traurig. Und wieder überstürzt. Es ist... Ja. Also zu der Zeit war ich dann auch einfach mal weggekommen und keinen Bock mehr drauf gehabt. Du bist du... So. So, Prinzesschen. Ich bin dann zurück. Jetzt tauscht einfach mal die Plätze. Ein paar Chancen. Das ist eine Einheit. Was für das vor. Ihr dürft euch aus... Wie gesagt, jetzt... Wir haben gar nicht so sehr in die Teil gehen. Am Ende... Jetzt... Ist halt tragisch aus... Hat ein tragisches Ende genommen. Und mehr muss man auch nicht mehr wissen. Es ist einfach... Selbst ich weiß halt auch nicht allen... Was alles gerade geschehen ist. Kannst du mal aufhören, hier oben Sachen aufzudecken? Ich habe hier gerade die Nordsee gefunden. Du hast die Nordsee! Du hast die Nordsee! Ja, es ist ein... Es ist im wahrsten Sinne ein See. Solltest du deinen Typen mal erklären, dass die Nordsee vielleicht nicht unbedingt ein Binnensee ist. Also die Musiker... Also das Ding muss ich ja wirklich komplett einnehmen hier. Das ist ja schon... Das ist ja schon... Das muss ja schon sein. Können wir übrigens mal ein bisschen den Klimawandel vorantreiben? Also wir kommen hier oben nicht durchs Eis durch. Es ist kalt, dick und nass. Und ein Handtuch habe ich noch nicht erfunden. Und ein Föhn ist schlecht. Ja, nicht mein Problem. Könntest du dich ja auch mal ein bisschen anstrengend forschen? Wieso haben die mich eingeholt? Moment mal. Freunde der Sonne. Saladin und Kahn. Wo sind die denn? Ich sehe die noch nicht mal. Wolltest du mich verarschen hier oder was? Das stimmt. Das MP war so ein bisschen schwierig. Oh Gott. Das ist richtig. Ähm. Also wir haben ja echt am meisten Leid getan. Die hatten ja kaum was zu tun. Ähm. schon wo es kritisch war das D.O.J. konnte sich ja auch damals nur gerade so mit dem Mitarbeiter schon was zu halten obwohl ich ehrlich sagen muss, ich vermisse das Server schon ein bisschen das ist bei mir hart in die Herz gewonnen ah ja okay, das ist schön gestanden aber ja kannst du bitte aufhören mich zu spionieren ich finde das nicht angenehm was ist denn hier los? ich verurteile das auf schärfste was du da gerade machst also nicht in England ey Victoria lass das sein ansonsten ich schwöre dir ich kau dir sowas von eiskalt auf die Kusche ich schlag dich einfach windelweich wenn du das jetzt durchziehst oh genau So, wo haben wir denn den großen Wissenschaftler? Da haben wir ihn. H3 mit dir. Jetzt haben wir den letzte. Dann den Titel, die Wirtschaftswesen und die Industrialisierung. Hey. Ich hätte gerne ein Lager, weil ich jetzt so langsam in Richtung Schiene bringe die Alte jetzt da vorne voll in die Ecke. Wir müssen halt die Kehn-Statuen nicht decken, da kommen die halt gleich. Ja, auf jeden Fall, also, ich sag mal, also, an sich ist es sicherlich ein cooler Server, tatsächlich. Da sind halt eine ganze Menge Leute drauf, nur ich hab halt echt Angst, ich versuche jetzt im Neujahr jetzt mehr Zeit zu bekommen, was trotzdem mit Arbeit immer noch schwierig ist. Tja, äh, ja, grobe Gastronomie. Sehr viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Ja, gut, zwei Kinder ist ja noch, ist ja Full-Time-Job. Die hat ihn jetzt ernsthaft durchgezogen, die blöde Tusse. Weißt du, äh, ich bin völlige Viktoria? Ja. Ist, ist auch ne Bitch. Entschuldigung. Verweite Vorswahl. War schon gut richtig. Sie ist die insgeheime unfreundlicheste Person, dieses Planeten gerade. Also, uns ist keine viergeiligeste Person. Äh, äh. 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 Du kannst nicht glauben, ne? Äh. Äh. Da gibt's ja zu viel Klatscher hier. So, zack, zack, zack. Gibt gleich den ersten Krieg. Das verspreche ich dir. Er hat mich hier gerade zugegebaut, die Böde Tusse. Ja, ich komm aber auch zu mir. Sie hat, äh, äh, sie hat London, sie hat, sie hat Backing haben. Und das ist halt, äh, Trans-Sie-Kultur. Ja, und Liverpool. Und Liverpool. Und Liverpool stört mich. Gewaltig. Oh. Oh, Gott. Die hat da nämlich gerade strategische, äh, Ressourcen gefunden, die ich unbedingt haben will. Ja, ich weiß nicht, äh, äh, weißt nicht, ich kann, ich, wenn ich jetzt hier den Krieg erkläre, hab ich ein Problem. Ja, ist ja halt, okay, mach ich schon alleine. Ja, wenn du Verbündeten brauchst, äh, ich, ich bin, ich steh bei. Ich, ich bin auch da. Lass dir nach zu 1.00.01. Feinbarung vorgeschlagen, was hat der denn da? So. Oh, Geld. Geld habe ich gebrochen vor dem Krieg. Oh. Ach, müsste ich heute noch was machen. Minak, äh, Minakshik-Tenten irgendwo. Na, wir sind halt. La-di-da-da-da-da. Da-da. Da-da. Ich bin jetzt fertig. Ich bau jetzt ordentlich meine Armee und rub ik bei ihr mal durch. Filmen wir mal, was ich noch bauen könnte? Gibt's noch ein Problem? Den brauche ich und ich... für eine runde also drei städte wirklich hier sehen london berlin macht mir so ein bisschen strich durch die rechnung ich habe kontraktiv möglichkeiten dadurch keine angst sie verweigert alles aber was kann ich den gegensatz momentan anbieten nicht viel also wie kann ich überall wie kann ich über meine stadtgebiete erweitern glaube ich gar nicht wie stoffe ich einkaufen weil ich einkaufe ja genau du kannst einkaufen ansonsten alle paar runden wenn du da unten auf dem button drauf drückst siehst du auf welchem Feld demnächst dann quasi den übergeht und wie viel rundet noch ich gehe aber mal zum stadtgebiet mit meinen bogenschützen falls die königin mir doch mal unerwarteten krieg erklärt wird bei playmove ist dann nämlich die erste schick die fallen könnte das heißt dann müsste ich eventuell militärisier ja aber erstmal bekommen einige leute ausruf prozess bleibt bitte die bereitschaft und nächste runde aber wie gehen sie denn ich muss gefragt wie es uns geht das muss ich mal fragen wie es dir geht da kann man ja mit dem an in die schwaffe rein wachen spyro kannst du mal ein bisschen aufpassen hier das ist echt nicht du bei in deiner stadt hier mach da mal ein bisschen was ordentlich naja ich bin schon längst dabei ja ich mein spyro seine stadt ist gerade von achso spyro ich muss arbeiten mach mich mal ein bisschen an komm jetzt nicht hin von wegen ich wollte das nicht ja selber schuld ist das dann so ach das ist scheiße Perfekt so einmal das dann ähm ich brauch die ich muss die burgsschützen abziehen auch du aber die spawn vier runden bauen noch ne runde um dort anzukommen so lange muss ich mit meiner sehr nice standhalten klick wieder am plus oh geil mal globen möglich ach Handwerker ja wirklich hier unten schön gebaut oh das ist doch schön ja ich gut ja ja und ich hab gleich keine männer mehr ja das ist gerade ganz problematisch für mich ich muss dich zurückziehen tatsächlich ich das ist nur ein problem wie du möchtest ich oben haben ich hab gerade vier vier leute in meiner gegend vier geg vier feind kontakte ja und ihr kämpft gleich gegen victoria oder so von daher hm ja wen hat's jetzt wohl schlimmer getroffen naja gut ich erstmal erst mal dich bis ich den krieg erklärt habe ja bisher geht's mir schlechter als dir was macht denn bautrupp von dir hier oben hä wer ist denn kurz vor Liverpool meiner ja warum die sollten gar nicht da sein das ist dieselbe frage die die gerade gestellt habe ja warum sind die da ich weiß es nicht du kannst nicht bei mir bauen ich will auch grad jetzt nicht zu dir bedingen wenn es nicht sein muss jauerhaft bedeutet doch danach ich mach die eil mir noch ein paar runden dann steh ich vor ihrer dann steh ich vor ihrer oh scheiße ach komm victoria ich bin mal diplomatisch was willst du denn für die Stadt da haben hm gib mir mal Liverpool was willst du denn haben du kriegst von mir auch 8 Gold die Runde willst du nicht annehmen ach ach ja dann ah ich weiß jetzt echt nicht gerade wie ein militärisches Bindnis Forderungen werden eurer Beziehung schaden Beziehung Delegation oh Entschuldigung war ein Fehler aber jetzt nochmal Geld dafür dass ich dich leer umbringe haben den Yelte schickt oh wir müssen uns entscheiden wir euch beim stadtentwicklungsabkommen jetzt damit klingen findest du mal wieder schade dass die musik so lange aus ist so hat man so wenig zeit war so wenig zeit das ist sehr schön jetzt hat er ein bisschen darauf die musik ich besetze mich mitbekannte einheiten um sich herum das ist eine stadt von dir direkt unter berlin ich glaube die bewegt sich langsam meine richtung finde ich ganz gut klar sie greift aber auch irgendwie zu meiner schriftgrenzen leiden schon für mich schon was von anscheinend ist auch weit von dir leid nicht aber ich habe keinen medizinischen streitband irgendwie nie mit dir du hast wahrscheinlich schon medizinische streitband schon du hast mich mit dich nein 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 du sollst angrenzen da morgen wir haben wir ja ja ich Ich muss sie gerade mal ein bisschen arbeiten, so. Bestätigt. So. Kann ich mir denn hier irgendeine Punkte abzeigen lassen? Irgendwie dreht es doch oben, oder nicht? Gah! Und die nächste Einheit unterwegs. Und die nächste Einheit unterwegs. Und die nächste Einheit unterwegs. Woran haben wir noch sieben? Ja, ich versetze euch jetzt mal die Stadtgrenzen. Ne, ich hoffe noch einen neuen Bürgerschätzen. Weil sonst sitze ich echt noch mal in der Titta. Wir glauben eigentlich ohnehin, oder? Ja, weil... England hat Männer meiner Stadtgrenzen gezogen. Und die muss mich... Ja, super. Und ich muss mich noch nebenbei mit einem Barren abgehe... ...rum... ...schlagen. Die meine gerade Aachen zu... Die machen ja noch nichts. Nicht gleich alles, verdammt. So, Bruchschutz ausgeschaltet. Ich kann ja nicht mehr machen, oder? Ich kann ja nicht mehr machen, oder? Ich muss in der Hand jetzt... Ich muss nachher kommen, oder? was war das? Ich kann ja nicht mehr aufnehmen. So, etwas mit einem Schild. Oh und ja, was... Aufmarsch der Armeen hier, Alter. Ich habe, glaube ich, gerade meine komplette Industrie, die Karte, einfach mal gerade auf Kriegswirtschaft umgestellt. Ja, ich bin jetzt auch mehr dabei, äh, okay, die ist jetzt, äh, also Herrschaftssieg bin ich, ja, gut vor Viktoria. Das sollte zumindest reichen. Die wüsste, was hier gerade über, äh, was für ein Unheil auf sie zuläuft, ey. So, haben wir das jetzt endlich mal hingekriegt, dass ich hier mal bauen kann. Ja, hab ich. Okay, du wust dich aus und du heilst dich nochmal, das dauert mich eh noch mal, wenn alle da ist. Was ist denn da, was gerade tut? Mensch, was räumt die denn da gerade an? Hatte es noch zwei Punkte. Komm, wenn eine Runde habe ich Schutzpfeiler zu verfehlen, was eigentlich kann ich dann gegen die Überschwemmung entspricht, ist das schon mal super. Was? Forschung wäre. Mit der Taktik? Ich habe da einen Lager in die Börse ausgedrückt. Gut. Ja, Viktoria. Ich wollte nur sagen, der erste Krieg kann doch mal anfangen, oder? Eure Armee ist an unseren Grenzen nicht willkommen. Sie zieht sie sofort ab. Eure Brau ist nicht unbegründet. Wo? Ick, das finden wir gar nicht an, wie sie in den Stand-Problem nicht mehr ist. Natürlich darfst du mir in den Überzeugung zukommen, das ist gar kein Problem. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich bin richtig neugierig. Hat Marcia gerade den Krieg erklärt? Du hast den Zeitpunkt nicht ausgelöst, ne? Glaub ich? Du hast, äh, Marcia. Äh, Marcia hat ein Problem, ne? Kalkland, Moskau und... Oh Gott, andere... Du stürzt, du stürzt die Welt in den ersten Krieg. Ja und? Dauert nicht lang, verspreche ich dir. Oh, der hat gerade Englert den Krieg erklärt. Wutsch. Ist bitter, ne? Das ist mein, mein so Zurena-Stadtstart. Ne, du sagst, dass was dahinten noch alles angerollt kommt und ist... Ich war ein Fallverhalten. Mach doch. Alter, ich verhalts schon. Äh, ich hab auch keine Wahl. Ich hab gerade so... Ich hab gerade so... Ich hab gerade so... Ich hab gerade so... Ich hab wirklich ziemlich... Ich hab... äh... Von 5, äh, gegen... Wartet mal ab. Der Speer hat damit nichts zu tun, ja? Den lasst ihr mal schön außen vor. Ansonsten kriegt er noch ordentlich mit mir zu tun. Dann war ich nämlich nicht einfach nur zwei Runden ab, bis... Das ist überhaupt so gut. Warte mal, sind die Runden im Krieg? Seid ihr mit mir im Krieg? Warum? Warum seid ihr so doof? Na gut. Ich breite mal die Front halt ein bisschen nach rechts aus. Da muss ich dahinten auch noch was wegräumen. Wir werden vielleicht warten sollen, bis die... Bis die Bogenschützen auch noch da sind. Aber, hey! Nein! Doch! Nein! Doch! Doch, ich bin ziemlich... ziemlich sicher. Bereitschaft! Hier kehrt! Nach oben! Wenn ich es glanschen finde... Da hinten bin ich mal... ishi... Ich dachte schon es wird kein langweiliger Kotick. Wie viel läuft es da gilt? Jetzt haben wir eine Stadtmauer gebaut. Und nehme ich den Bautrupp? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Was macht der Bautrupp hier? Okay, dann hole ich mir den. Oh, kleiner. Ich sage Dankeschön mit dieser wunderschöne Stadt. Ich will sie auch nicht durchschönen. Was hattest du niemals für mir gedacht? Oh, hat es verbunden zu schützen. Ist er denn früher? Ja. Wollte ich schon sagen, also. Ja, man kann sich auch. Okay, ich glaube nicht. Achso, das ist ein Hügel. Äh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das sieht gerade ganz gut aus. Ich möchte eine Botschaft übernehmen, ob ich... Ach, kommt schon. Was hast du denn? Ja, es gibt gerade Angriffe von viel zu vielen Seiten, die mir gerade gezieht gegen den Schiff geht. Hier ist ein Besuch von Barbaren. Ja, ich hörte sowas, sollte öfters passieren, oder? Ja, aber es gibt mir gerade ein Gen-Mei-Genausses gegen den Strich. Ich kann den Inmut komplett verstehen, ne? Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr dazu, meine Stadt wieder aufzubauen, wie die beiden waren schon angekündigt, dass wir es gesperrt haben. Einheit benötigt. Die verschanzen sich jetzt bitte erstmal. Ich. Vielleicht kommt der Nachschub an Leuten. Moment, ihr seid Freunde von mir, oder? Ja, ich wollte schon sagen, was hat denn die Kriegsflotte hier vor meiner Haustür zu suchen? Und welchen Bänden redest du jetzt da? Von Auckland. Von Verbindeten, oder? Von Auckland. Ach, Auckland. Ja. Mal. Mal. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, dunkle Zeit, Alter. Was machen die, die greifen nicht ab? Also ich sehe eine fucking Krone auf Claymouth. Also gehört einer Freienstadt-Rebellion. Heute müssen wir sagen. Ich kann hier los sagen, ich heiz jetzt hier freiwillig eine Pferde ein. Dann hau ich mit denen ruf. Dann gehe ich mit denen da rein. So, Liverpool ist nicht mehr. Hier ist doch gar keine Hügel mehr. Ach, spielen mich ja auch nicht geil. Dann bin ich aber drei Runden. Dann hole ich doch noch ein bisschen mehr ran. Was ist hier passiert? Hat dein Stadt einen schwarzen Hintergrund mit einer roten Schrift drauf? Dann hat die gerade rebelliert. Dann passiert, wenn nur ein dunkler Zeit, Alter, und rutscht. Das ist quasi ganz normal. Nice. Die Sache ist gerade, ich habe jetzt eins, zwei, drei Barbarer. Ein Barbarer in der Strasse. Ey, ich schaffe meine Runde noch nicht mal, ne? Das ist ja gerade echt ätzend. Ja, okay. Ich muss kurz nächste Runde warten. Ich habe es nicht geschafft, das irgendwo was fertig zu machen. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, das wir jetzt zu machen. Ja. Du hast ja gerade, du kommst mal in den Tüten hat. Ja, ja. Jawohl. Musik, lass doch meine eigene Stadt zurückerobern, wie dämlich ist das denn, ey? Das ist ja mal, wir dachten mal gerade eine gewisse Pug-Situation, das würde ich natürlich ganz gerne weiter ausnutzen, wenn ich dann fertig bin, ist ja jetzt ganz schnell. Musik, lass ich jetzt mal den Rutsch raus. Musik. 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 So habe ich mir den Krieg auch nicht vorgestellt, ne? Läuft das schlecht gerade, oder? Meine Stadt, direkt hinter mir, hat rebelliert. Ja, Spyro hat ein Herz gefunden. Hat sich jetzt unabhängig erklärt. Kriegst du eh mal Kritik, weißt du? Schon erklärt er sich selber unabhängig. Was ist denn das? Tja, ehrlich, also ich hätte dich ja gerade gewarnt, ne? Einmal Kritik im Leben, weißt du? Und dann kommt sowas draus. Nee. Äh. Wieso kann ich denn zitteln Lügel? Ach, hier läuft mich doch an. So. Eins. Zwei. Ich glaube jetzt zu sehen, wie ich meine Stadt wieder zurückbekomme, oder? Das ist doch nicht mal ernst. So. Das ist doch nicht. Langsam glaube ich nicht mehr, dass ich gleich mal aufs Rückkriege. Ah, das schaffst du schon. Die zweite musste dir so einen Rambock holen. Da sitzt du dann eine Einheit quasi in der Verkettung und dann geht es darin da. Du hast die ganze Erfahrung gerade mit Tibo kreieren gebaut, du dumme Sau. Ich würde mal fallen heute raus. Ja. Wir verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Ich zieh mich zurück erstmal und lasse die Regeln holen. Ich habe ja keine anderen Fallen gerade. Ich bin jetzt in Waffen verdonnert. Wie läuft es bei dir an der Front? Oh, fünf, oder? Sie meldet sich live aus. Ja. Ausreich von Berger. Bisschen, hat eine Stadt gekopferenziert. Alle anderen stehen noch unter Kürzen. Und sei halt schon. Tolle. Ja, schön. Ja, noch. Ich möchte mit dir nicht, ähm... Ach, Victoria, du bist im Bildbuch. Entschuldigung, für dieses Ausdruck. Aber jetzt... Entschuldig, für die Wahrheit. Also Liverpool gibt es schon nicht mehr. Es lief die ganze Zeit so schön. Also Liverpool gibt es wirklich nicht mehr. Der hat eigentlich schon komplett weggeräumt. Oh, ja, aber du hast doch... Ja, ähm... Über den Kärten und lasse. Ja, Moment. Gib mir ein paar Minuten. Na gut, du musst aber auch erstmal die Kontrolle über eine Schlüsselstadt wieder erlangen. Weil Spyro... Weil Spyro hat ein Herz gefunden. Dann ist die Schlüsselstadt für dich. Das war meine Frontstadt, ja. Ja, ja, ich bin lesbar. Was ist gerade nicht so einfach, die Stadt wieder zurückzuholen, muss ich dir jetzt alle sagen, ne? Ja. Hm... Was ist das? So, du, 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 du... Was ist denn da? Brauchst du Unterstützung vom Material her? Nö... Gut, ich habe nur 73, plus 0,1. Ja, ich habe 0 von mit minus 28,3. ein handwerker bitte leck mich doch oh Kannst du hier tatsächlich abbrechen, junge Kacke? Weißt du, der Rückbau baut? Nee, nee, nee. Ich muss einen anderen Anfang spawnen, weil ich gegen verfügbare Geldmittel den Nasskabel nicht mehr habe. Soooo. Die, die noch fit sind, die rennen noch kurz nach unten. Der Rest, der regeneriert sich da oben jetzt erstmal eins in Ruhe. So, ich mach mal jetzt noch ins selbe Spiel. Was war da? Ach, Gott. So, jetzt sollten wir beide nicht mehr im Krieg sein. Geht doch. Hast du einen Friedensvertrag? Ach, mit der alten doch nicht. Mit dem Schellstadtstaat, der mir gerade nebenbei auf dem Sack ging. Ach so, der sich jetzt abhängig erklärt hat. Nee, der hat das Ding halt schon auch gut. Ja, so seh ich gerade. Nein, nein. Fuck den. So. 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 Und jetzt dann rum. Nee, ich brauch Schotter und das ziemlich zügig. Das ist der Schmiller. Schau, wie der zwei war bald. So. Der wird langsam langweilig. Ja. Okay, jetzt ist ein Gold drin. Boah, 20. Ach, Mist. So, jetzt halt noch minus 6,6. Halt. Ich bräuchte mal von dir. Was hast du denn? Was würdet ihr mir geben? Nichts. Ist ja noch besser. Ich hab leider nicht so viele Städte. Ich hab so viele Gouverneure zur Verfügung, oder? Ah, boah, 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 boah. Das wird immer noch anbietet. Okay. Ich hab die Freundschaft ein bisschen hier oben zu holen. Ah, der mag die. Ah, deswegen kriege ich den Kim plus Beteilig. oh jeee ich könnte tatsächlich gerade besser holen Ich habe wenig Geld verloren. Mein pro Akkus Problem ist... Ich muss die Person nicht zurückziehen Kliwofi hat sich schon verabschiedet. Ich habe mich verarschen. Ich habe nichts gemacht. Also, ich hoffe nicht. Ja, okay, ein bisschen. Und ich bin manchmal auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. Oh ja, ich habe ein bisschen Zeit jetzt. Ach, wie ein Teil hier. Was kommt denn hier an die Löwen? Oh ja, ich sehe nicht. Also, ich werde es jemanden geben. Der Zeit bekommt ihr eh nicht. Komm, reibt euch in meinem Wohnschütze auf. Oh, ich bin schon wieder. Jo. So, eine Stunde, ich habe noch Zeit. Oh, Victoria möchte mit dem Friedensabkommen. Ist doch gut. Ich führ mich hin. Kann man ja mal nachfragen. So. Für die Fans? Okay. Nichts aber nicht. Also werden wir uns ja nicht einig. Victoria. Warte, wo war das schon? Da rannt ein Siedler von der Rund. Komm zu dir runter. Er hat ja noch eine Stadt. Und ich sehe gerade. Ach, ich nehme auf die Wand. Oh! Oh! Also ich weiß schon, was ich genau mache. Oh! 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 Oh, hör auf! Oh! 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 Oh, is das hier? Oh, es ist erfreulich. Danke, Victoria, für den Siedler. Ja, Mensch, wo siedel ich den denn bloß? Jetzt ernsthaft, wo siedel ich den? Ich hab keinen Plan, ob ich den jetzt hinsetzen soll. Erst mal raus, das denke da. Nein, nein, nein. Das gesch affaire, die Entzlager тех, die die mph spelt. Ich weiß nicht, dasEEP ist. Okay, wie respiratory auch Stes hat einen langen der Winzer. Oh, nein, sieht besser aus. So, Viktoria. Ich bin ja ein friedliegender Mensch. Lass ihn nicht glauben. Viktoria ist sehr zufrieden mit mir, ich habe nämlich gerade ein Friedensabkommen mit mir abgeschlossen. Ich denke, das wird nachhaltig unsere Zukunft verbessern, zumindest bis ich ein bisschen bessere Waffen habe und mehr Geld. Aber bis dahin wird das, ich denke, eine gemeinsame, friedfertige Zukunft. Und da sie mir so freiwillig ihren Siedler überlassen hat, gehe ich sogar davon aus, dass sie nicht mal ein Gräuel gegen mich schickt. Ich habe doch Lust, dass wir uns vielleicht auf den falschen Fuß gepasst haben. Weißt du? So. Ich wollte erst mal Geld legen und ein paar Einheiten entlassen. Das ist wahrscheinlich so. Das ist ein ganz doofe Gefühl, dass ich hier gleich aus meinem Reich von der Landkarte verschwinden wird. Wie geht das denn? Wegen Barbaren? Ganz schwaches Gefühl ist es. Ich muss gucken, dass ich... Wegen Barbaren, oder was? Ja, Truppen generieren kann. Wenn ich gegen die Barbaren ankomme. Du, danke für die Info. Weil die habe ich gerade gebraucht. Da komme ich mich schnell mal runter. Oder ich habe ein paar Einheiten, die gerade an der ganze Stelle. Ja, ja, weil ich bin ja... Ich bin ja soweit im Moment. Ich muss gucken, wo ich die Scheiße jetzt erzähle. Aber zumindest habe ich... Ja, gut. Blame auf, könnte er jetzt zum kritischen Königreich. Ja. Nächster habe ich schon mal einen Ding an die Quillen verwerfen. Ich kann das nicht mal nachvollziehen. Biss in�� ecology. Was ist das, was ich gleich mal rebellieren musste, ne? Jetzt kommt Papi's mal. Ich bin dem Kran-Kran, in der ganze Zeit schon nicht. Oh nee, ein bisschen nah. Ein bisschen nahkommt. Und Klymouth? Ne, ne, ja, ja, also nicht so nah von Santos und Santos. Genau. Mergung noch ein Kieges. Mein Gott. Noch, noch mehr Baban. Wie die Leute, die mich gerade noch denonciert haben, jetzt können wir immer wieder Honig im Maul spielen, weißt du? Wenn du so Epson dann spielst. Ähm. Ja, neun Runden musst du aushalten, ne? Ja. Ich geb' mein Bestes. Ich hab' ein Spiel zu sterben. Ach, ne, ne, ne. Ich verstehe, da hattest du, also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt vier. Ich hatte zwei, ich hatte zwei. Ich hatte Playmorph 8. Playmorph ist in die Kontrolle in England gefallen. Und ich hab' jetzt fünf. Ja, ich komm' ja auch. Äh, ich hab' also, ich hab' schon ein Expeditionsteam draußen. Nur... Ja. Irgendwat... ...vermassel ich hier ganz großen Stil. Ich versuch' gerade rauszufinden. Was? Ja, das eher müsst ihr euch denken. So. Oh, ich bin bei plus drei. Na, welch ein Glück. Ich verdien' wieder Geld. Ja, das ist ja gut. Ich hab' den Geld verdient. Meine Einheiten wären fast alle weggerannt, ey. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, ah, ah. Ah. Genieß mal deine Runde. Überwetter. Ah. Genieß mal deine Runde. Überwetter. Oh ne, Ah, der zieht sich ja... Ah. рен Du bleibst hier, regenerierst mit was. Scheiße, ey. So, siehst du, ich wollte ja bald nachgucken. Wieso habe ich jetzt minus 21? Was heißt minus 21? Geld. Also, ich habe auch minus 2,5 mittlerweile. Also, 58 minus 2,5. Was sehr scheiße ist. Warum habe ich jetzt minus 21? Hat eben gerade noch Plus. Ich würde gerne wieder mehr Truppen schaffen können. Aber es dauert. Oh, wieder ein Plus 10. Das ist jetzt hier auch so ein Glücksspiel, was ich hier gerade mache. Aber jetzt ist doch das galische Reich. Wie viel Glauben habe ich denn bitte? Kacke. Da kommt der wieder. Pst. Ja, schön. So, wissen schon. ja delegation durch vor geld danke Ja, natürlich. Nächstes Mal suchen wir uns ein anderes Fleckchen, Viktoria. Jetzt meckert die schon mit mir rum, dass ich da besiedel. Wahrscheinlich ist er über den Namen verärgert von dem Baufahrt, die ich da eh nochmal habe. Hör, hey, ich darf sie gar nicht beschweren, ich bin kein Waus. Weil meine Bürger rebelliert, weil die Bürger rebelliert haben. Ich weiß, du kannst einen Teil meiner Tupen abziehen, musst du einen 80er Teil legen. So können wir die nicht auflösen, die da endet. So, der hat ja schon eine Erfahrung. Wow. Wie schön das Meer habe ich da oben. Erkunde mal ein bisschen weiter, nicht, dass... Alter. Ich teig jetzt schon da im General, erzeugt einen der Ring nicht mehr. Die heilige Lanze! Ah! Also meine Leute schiffern gerade bei Rapanui ein, ne? Die erste Einheit ist schon Höhe, Natska. Also ich denke... Ich hoffe, dass ich das hier noch ganz gut heilig überstehen werde. Also ich denke mal, vier Einheiten werden reichen, oder? Nee, ich habe ja eigentlich nur einen Gegner. Und dann muss ich mich halt wieder konzentrieren, meine Städte aufzubauen. Ich meine jetzt, aber vier Einheiten sollten doch reichen, nicht da unten ein bisschen. Ja, ja. Ich habe ja auch jetzt hier unten in meinem, also jetzt im Stadtgebiet, wo ich jetzt wieder einigermaßen Eis erbauen konnte, ne Natska am, äh, Ambrustfetzen. Ich werde mich jetzt einfach hier setzen. Da habe ich auch Zugang zum Meer. Ach, die haben es ja auch echt nötig getroffen, ey. Seht jetzt erst. Äh... Also bitte. Auf Wiedersehen. Okay. Schon mal ein... Das ist nicht... Äh... Nee, das ist nicht... Äh... Nee, das ist nicht... Äh... Nee, das ist nicht... Nee, das ist nicht... Aber solange meine Biele funktioniert, bin ich erstmal happy erstmal. Das ist ja schön. Gut. Aber was bringt mir Eisen, wenn ich bald... Ha! Äh... So... Dann... Also, ich sage mal ehrlich, das Spiel ist schon echt geil. Also du musst immer alle eventualität im Kopf haben können. Du darfst nie mit rechnen, dass du dauerhaften Frieden hast. natürlich ja ihr geht schon wieder danke für nichts also ich rede jetzt hier von der raska der eine hat die schiffe am horizont schon hier sind ja gut ich kann das jetzt nicht so ganz aber ihr geht in der bleibt ihr dürft regenerieren und ja und schon bin ich wieder fertig ja ich muss das muss ich erst mal gleich vorschläge den korschlag machen wegen truppen die denunziert mich ist die blöd die vier merkmale des humanismus da hast du rechte auf den mitteil sei ich sicher vereinbarung einsehen nämlich müsste ich es akzeptiert haben also ich habe dein vorschau akzeptiert sicher ich bin nicht nordkorea also noch nicht nein ich habe die mongolei dafür kann ich besser sagen ich habe hier noch nix aber akzeptiert ja wieder schön ja äh eine bei baum ansehen offene grenze vorstelle annehmen jetzt habe ich es Ich brauche den da Warum brauche ich denn das jetzt? Was bringt mir das eigentlich? Okay Oh das brauche ich jetzt einfach mal einschneid das nur durch, weil das immer nicht fertig ist Okay Ja Mehr Geld bitte Wieviel Runden haben wir noch? Neun bis zum nächsten Zeit alter, na ein Glück ey Ich hoffe diese neue Zeit alter ist ein bisschen vieler als sie jetzt Also ich kriege auf jeden Fall ein goldenes, das brauche ich jetzt auch Ja ich auch Siehst du unten rechts wenn du mehr Punkte hast als, also unten bei dem Pfeil hast und drunter Punkte Ja ich Wenn die Links mehr sind als die rechts dann hast dann gold ist leider Also ich hab ja hier bei eurer Zeit alter Punkte 52 Irgendwie sind ja nicht so viele du brauchst, das ist ja immer unterschiedlich Guck an wie viele Punkte du vorher erwartest 51 oder mehr Also ich brauch 135 Ich hab 149, das passt schon So Tadaa Tadaa Ja Ja Wo siehst du das denn eigentlich? Den Forschungsbaum unten hast du so nen Balken Achso Ich bin glaub ich ganz hinten Ähm Du bist Lass uns mal kurz gucken Ich bin bei Ausbildung Ja du bist ja der letzte von uns Aha Ja Mensch da kannst du jetzt die Hanse bauen Dann kriegst du ja richtig Produktionsbonus Was? Die Hanse bringt dir Produktionsbonus Du kannst auch Bezirke bauen und Bezirke bringt dir ihr bisschen Bonis Forschung zum Beispiel Industrie Ich weiß Und du hast noch 14 Sekunden Ich Weiß Oh Gott ich muss noch Braucht die Dauer da Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht Playmobil da Aber dafür muss ich jetzt schon den Krieg erklären Und das ist Wir müssen uns halt noch zu risikoreich Warten auf bis ich fertig bin hier So die lass ich jetzt einfach Gehen Okay Moin Moin Ich komm mal kurz durch Ja Naja Es ist ja eine freie Grenze Wir haben einen anderen abgeschossen Nööööööööööööööööööö Also von der anderen Seite komm ich muss Oh noch welche Äh ich hab hier gerade Leute mit Misketen Ja die Problematik habe ich gerade Mir fehlt halt der Salpeta Und das einzelne Salpeta was ich in der Regierung hatte Hat sich halt Victoria erschnappt Deswegen hänge ich da jetzt gerade ein bisschen hinterher Aber ist gar kein Problem Dann überspringe ich einfach Salpeta Und gehe direkt auf Kohle und Öl Ist mir auch recht Hey Victoria Zwinker Wie gehts dir? Zwinker Komm Victoria Wollen wir vielleicht ein Deal machen? Was kriege ich dafür? So komm ein Gold dafür Oh geil Danke Victoria Mensch du bist ja ein Schätzchen Jede Tusse ey Ja die würde gehen Okay Naja ne Notlust Also Gib ihr was und sie gib mir ein Gold Einmal dafür Das ist Der beschissenste Deal den ich machen kann Aber ist mir egal Also hab ich gern die Siedler von ihr bekommen Und hab ne Stadtvielsegel Ähm Könntest du gleich An meiner An meiner West An die Weststadt Leute besetzen Aua Was hat mich denn da angegriffen Wieso? Ich weiß es nicht Wieso sind meine Pferde fast tot? Jetzt musst du Da musst du kurz warten Also die Pferde die brauchen Äh Also die muss Die musst du wieder heilen So erstmal Noch ein bisschen nachschuhen Dann kommt gleich noch was an Was haben wir denn da für Oh, was kommt denn da halt an hier ran? Was hier echt Freunde gemacht hier, wa? Ich weiß es nicht Woher die kommen Ich will das noch nicht Ich will das noch nicht Gesand den Gewinn schicken Okay So Und Wie gut hierzu Okay Das ist ich könnte ja nicht mehr geben alles kapazität erhöht ich installiere mal eine stadtmauer vielleicht nicht das büße gerade, ich hätte vielleicht mehr auf dem koffer als die koffer hättest du früher machen sollen mit der stadtmauer die stadt kann dadurch angreifen scheibenkleister und die gibt dir noch einen tipp da wo dein bautrupp gerade draufsteht bau da nix rauf du hast da kohle da wo links von dir von der stadt hast du da nen bautrupp ja da bau ich auch nix gerade weil einfach viel zu viel fein kontakt ne ich mein auch danach nicht danach du hast nämlich später da kohle direkt das siehst du bloß noch nicht weil du nicht erforscht hast achso aber ich seh schon deswegen bin ich so nett und sache sehr freundlich ne musketiere rock auf den darkampf ich weiß noch nicht was mein pferd da gefickt hat aber äh ja ich äh muss kurz noch warten ich kann mich nicht an meine leute grad abgraden das ist wirklich der letzte mocht den ich da unten habe ich hoffe das reicht was geht da was geht da was geht jetzt etwas jep oh no scheiße Der nächste Trupp ist auch schon da. Achso, und unten links von meinen verletzten Landsknechten. Ja. Ist ein Peter. Da brauchst du für Schusswaffen dann. Gehremdleiter? Ne, damit kannst du Musketiere bauen. Also das, was mir quasi gerade fehlt durch die Eiter. Ein katastrophaler Vulkan-Ausbruch. Oh nein. Genau zieh ich mal ein Stück zurück mit der Hände. Ich weiß nicht, ob du den... Naja. Wo bei dir? Oh, ich muss wieder Leute in die Front schicken. Ja, ja, alles gut. Dann braucht er die Stadtmauer noch. Perfekt. Oh, das ist eine Falle. Oh. 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 Oder? Oh. 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 Was ist mit dem Katapult? Was ist mit dem Katapult? Was ist mit dem Katapult? Den Kampf heißt, du greifst ihn an ohne, dass er dich angreifen kann. Ach so. Mach das einfach, das ist gut. Du hast die Stadtbauer unter dich. Oder? was meinst du jetzt vom vater so wird das mal eigentlich schlossen der kommt dann nicht mehr raus da muss jetzt ist es wird jetzt wahrscheinlich über den straitwagen gehen wird es ist nicht so schlimm so erst mal machte mir erst mal mit fern angriffen deine pferdchen sind leider nicht bereit für den muss ich erst mal noch mal raus nehmen kannst du mit der stadt erst mal angreifen immer damit im katapult du müsstest auch so einen roten punkt an der stadt haben so ein zielkreuz irgendwie was du dann auswählen kannst um anzugreifen ja mach den erst mal unten der zwischen den ganzen leuten steht das habe ich mir auch vor ok wenn sie aber mehr doch beschädigt worden sind und jetzt kann der pult noch denn wenn du noch was ich stecke schon tief in der scheiße ich würde am liebsten meine kavallerie weiter ausbilden aber dann werde ich in meinem eigenen gebiet ich kann ja nochmal was anderes unterschicken ich habe keine Ahnung wo ich die her habe aber naja ich habe keine Ahnung das war doch so ich habe nicht mehr ich bin sicher zu mir für ihn unten Jaaa... Jaaa... Jetzt haben sie den Geld mit. So. Ach du... Komm, die hat noch hinter mir. Ja, da kommt noch ein Musketierer gerade. Aber ich hab den schon extrem gesprächt, jetzt durch die Stadt ver... Stadt angegriffen noch. Jaaa... Also da müsst ihr jetzt nur noch einmal was abbekommen und dann ist genug. Überlebt ihr das? Ich versuche jetzt den Streitwagen nochmal aufzupäppeln, dass der ein bisschen dagegen verteidigt. Meine Leute überleben den Angriff. Meine Leute überleben den Angriff leider nicht. Welche? Meinst du jetzt hier die... Ja, die Bilanzknächter? Ja, die Bilanzknächter. Die Musketiere sind leider technologisch eh ne Stufe über mir. Ja, meinst du bei mir? Das sieht besser aus. Die haben ja schon einen Großteil meiner Streitkräfte ausgelascht. Ja, deswegen müssen wir halt ein bisschen mehr auf Fernkämpfe setzen. Also eh ne Einheit ist auf dem Weg nach unten die Suche abzuwählt, aber... Das ist die Volksschützen und die Katapulten noch verfügbar. Ich bin leider durch den Krieg oben ein bisschen hintertreppen gelandet, was Forschung angeht. Der ist leider schon ein bisschen weiter weg als wir da hinten, der Onkel. Der ist schon inside einer Wald an der Mongole. Bis dann jetzt. Der zieht sich ja zurück. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht. Das Industriezeitalter beginnt. Ich möchte aber die Ausbildung noch vorab schreiten. Ich möchte aber die Ausbildung noch vorab schreiten. Wenn ich mir noch vor schon angeht. Komm hier los! Moin! So, heilen! Heilen! Ja, die Pferde heilen sich noch. Die brauchen wir noch ein bisschen. Die brauchen wir noch ein bisschen. Plymouth ist gerade revoltiert. Ja, die revoltiert jetzt gar nicht. Ja, das ist vielleicht jetzt gleich zu meinen Gut geht's kommt, zu meinen Günsten. Vielleicht. Erstmal müssen wir da was ausrotten, was bei der Leer ist. Das gefällt mich nicht, dass ich jetzt nicht mehr Forschungsleitung bin. Das gefällt mich wirklich nicht. Oh, ich kann ja die Regierung ändern. Stimmt ja, ich kann ja einen goldenen Zeit, Alter. Hoppsala, richtig. So, ähm. ... ... Das ist wichtig, zack. Ah, zack. Schon. Da, 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 da. Oh, mein Herz ist schon wieder. Musik Also da meine Einheiten noch dastehen, du kannst deine Bautrupps auch nur unter meine Einheiten schicken, oder ihr dort nicht? Ja, ich bin jetzt hier auch gerade dabei, kurz Aber meine Regierung hat sie gekostet Töne Oh 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 Ich zeig schon mal Kohle. Oh, ich habe ein Nest gefunden, wo die herkommen. Ich kümmere mich mal kurz um das Nest hier oben, das Lästige. Du hast hier so viel Zeit, Peter, das ist voll unfair, ich habe da oben nur drei Haufen oder sowas. Ich habe mal schön die Stadt schießen lassen, das ist ganz wichtig zum Schluss. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ach, der forscht, straight der Arsch. Oh, ich habe diese Bahnlage mal schnell ausgerottet hier. Das sind wir links oberhalb von dir. Ja. Jetzt sollten da auch keine mehr spawnen. Das ist gut, was ich da mache. Ach, die werden doch sterben. Dann ist das jetzt so. Ich habe dir mal ein Geschenk übergereicht. Ich muss hier mal ganz dringend nach vorne pushen mit der Forschung. Ich habe das so. Ich habe das nicht. So, das ist mir die Schenken überkommt. Ich habe das nicht. Ich habe zwei Bedarfrechnungen. Erstmal, dass mein Ohrlerad von mir will. Wieso? Nein incentives an nehmen auch wenn die gemeint ist aber macht ihr mal entgegen annehmen gut erst mal machen wir das hier und dann machen wir das hier und dann machen wir das hier Da kriegst du mir davon so viel Platz? Oh, schlau. So. Oh! Das ist so. Einer getötet. Oh. Ja. Na ja, Daumen. Und links sind schon mal ohne welche. Aber erstmal ist der weg. Ich übersteck mich die Frage, was baue ich als nächstes. Ne, ich hab halt. Ach, kommen wir auch noch ein paar davon raus. Mal gucken. Mal gucken, wie ist das, was das ist? Und da, aber das ist jetzt der weg. Fall, da bin ich zum besten. So, ok. So. Die Bims schon da. Sonst muss meine Bogenschütze nicht mal aus der Gefährdung da rausholen. So. Ich hab grad noch mal meine Politik ein bisschen angepasst. Jetzt hier unten was ein, liebe. Ist das ein Hack? Hast du das, was ich dir geschickt habe, eigentlich eingemacht? Ich hab nix gesehen, also ich hab mal nö. Guck mal nochmal schnell. So. Abkommen. Das, das, für das und zwar davon. So viel fertig, zurück und vorschlagen. Ach da. Und dann noch das hier. Was steht der denn schon, ne? Dass der der Mongul ist, der hat mir fallen. Ah ja, die Wechselung steht halt in der Unterhose, als sie gucken kannst. Ja, das stimmt auch wieder. Ah. Was kommt denn hier schon wieder an die Rand? Oh, die haben meine Bogenschütze grad übern Haufen gelogen. Ähm. Das ist ja nicht praktisch hier grade, was läuft, ne? Das ist ja nicht praktisch hier grade, was läuft, ne? Okay. Ja, ich versuche das alles gegen dich zu dürfen. Oh du. Da kommt noch mehr. Ja. Ja. Musik Musik Ja, meine Landskrechte sind gleich alle, ich glaube, es muss noch den Reiter dabei Das hilft mir leider laut nicht Wir müssen halt jetzt voll auf die Stadt vertrauen, dass die halt jetzt ordentlich Damage raushaut Ja, das ist richtig Sonst bin ich verloren So schnell komme ich dann in die Uni mit neuen Einheiten rum Zumal ich jetzt erstmal meine Forschung hochpushen muss, weil der Mangudemir sonst wegrennt Okay, mit der Stadt könnte ich vielleicht was bauen Mir fehlt aber auch noch Salpeter Ja Da ist Öl direkt Das ist nice So, mit dem könnte ich theoretisch jetzt mal ganz schnell Boah lecker ist nochmal Öl Also Öl habe ich, das ist gut Und ich habe schon schlusslich festgestellt Dass ich ja auch eine Stabe auf meiner Ecke Also ich habe einen Feind ausgeschneidert wieder Der in der Nähe zu sehr an der Stadt mit Grenze ist Und ein Feind als besten ist auch nur noch ganz, ganz minimal Fähigkeit Mit minimal Leben ausgestattet Ich würde mir ja gerne am Play-Walk zurückholen Aber so bedungen die jetzt Momentan nicht gut Ja Ich hätte gerade den Ringer geklaut Ja Ich krieg die Welt davon denn Aber Kannst du auch gleich mich angreifen? Weiß ich auch noch nicht Äh, ich werde es glaube ich merken gleich Ich stehe ja quasi direkt vor dem So, dann gib mir mal Nein, das ist ein Feinder Ja, das kommt schon klar Ich hab's erstmal gegen andere gegriffen Das ist gut Oh, guck mal an deine Küste Achso siehst du die Runde ja nicht, ne? Nein Okay Die Runde fertig Bei den Küken jetzt so wegrennen wir Technologie an Hier lassen wir sowas von Scheat eh ja Das bauen wir jetzt So, danach kommt das hier Hier werde ich auch in der Hauptstadt platzieren Versuch ich zumindest So Und dann brauche ich ganz schnell das Und dann das Genau So Komm mal Ein kleines Problem aus der Welt geschafft Bis ich, bis ich bei dir unten bin Habe ich schon fast ein komplett neues Zelt, alter, ne? Was Waffen angeht Das ist Wahnsinn Es tut mir ja leid Will man hier fallen? Nächste Runde? Nimm dir deine Bonschips, wenn du hier Neh, mein Pferdenschiff gehst Nächste Runde Nächste Runde Wer hat die hier jetzt unten Nächste Runde Genau Kannst du die bis auf den Bautrop über mir Mit einem Zug bewegen? Du bist erstmal dran, ja? Kann ich gleich versuchen Der macht das sofort Weil ansonsten ist der ja nämlich weg und rennt Kann ich ja nicht Du bist dran Ich muss auf dich warten Ich muss auf deinen Zug warten Ich muss auf deinen Zug warten Ich muss auf deinen Zug warten Wir spielen doch zeitgleich Sorry Ja, kann ich Gut, dann rande Aber Brauchst du nicht Ja, wenn ne Runde wartest, ist der weg Ja, ne Ich kann nicht Ich brauch noch einer Und noch Dann Dann Nimm den Siedler von dem Streitwagen weg und rein mit dem Streitwagen dahin Sehr schön Dann hast du den nämlich Ne Den Siedler ordere ich wieder zurück Genau Ja Hättest du am besten gleich da gelassen Ich glaube der Bautrop ist nämlich jetzt dadurch weg Noch nicht Also noch mehr Gegner Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Äh, ich Ich weiß Ich Ich Die Erfällt jetzt gerade an, wir sind noch mehr Ich hab mal hier hinten an der Küste den erstmal weggemacht Ich hab mir leider Gottes jetzt einen Bautrop dadurch gekriegt, ne? Ja, du, alles gut Ich schick den jetzt mal hoch zu mir Dann ist der beschissenste Weg, den er haben kann Ähm Ja 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 Ich halte die jetzt ein bisschen rum Ja Bereitschaft, Bereitschaft statt für einen Kampf Dann Was mit der letzten Schief wird, ne? So Ähm Der Typ braucht nur noch einen Und dann hab ich erst Wie geht es? Oh Ich halte das Hä? fahr ich einmal bin nur getrennt, ja, der ist gerade rausgeflogen ähm, wenn man ihn gerade pausieren Pause, halt Option, Testverlegung, pausieren, 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 und dann Pause, Fee Ah, gut, dann kurz für die Pause, bis er wieder da ist Dann bist du schon wieder da, gut, dann kannst du dir nachschauen, ich hab Pause gemacht Ups 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 So, da knutscht und tweetscht alles. Vielleicht muss ich vielleicht auch in die Lobby einladen. Ich muss mich wieder neu einladen. Ich muss mich wieder neu einladen. Dann muss ich wieder einmal zurück ins Haupt. Ich habe gerade nochmal gespeichert. Ich muss mich wieder neu einladen. 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 Ich muss wieder neu einladen. Am Anfang waren es nur Legenden, in denen die Menschen fliegen konnten. Heute steht ihr auf der Schwelle zu einer Zeit, in der diese Legenden wahr werden könnten. Das Fliegen und neue Kommunikationsformen lassen die Welt immer kleiner werden. Doch um welchen Preis? Unsere verschiedenen Vorstellungen davon, wie Menschen leben und regiert werden sollen, drohen in einen weltweiten Konflikt zu führen. Ihr müsst selbst einen Weg durch das Getöse finden, den diese ideologische Rhetorik verursacht. Königin Seondiok. Die Sterne sagen, dass ihr Korea zu wahrer Größe führen werdet. Baut Seowon, um eurem Volk Bildung zu geben. Danke. Danke, dass du mir selbst den bis zum Ende anhören musst du. So. Zumindest ist jetzt initial früh. Das ist schon regekehrt. Bis die nächsten Barbaren auf Kreuz. Was sagst du? Warte mal ab. Na ja. Ich habe jetzt auch noch Playmove hier noch an und die noch rebellieren. Ach, ich baue hier schon wieder irgendwelchen Mist. Weil ich keine Ahnung, was ich mit dem bauen soll. So, Händler. So, und du, du hast ein bisschen was zu bauen. Du machst das erstmal. So, und du. Ganz wichtig. Öl. Die Stadt baut extra, äh, die Stadt dahin gesetzt nur wegen dem Öl. Das ist... Dein Schaft. Ja. Und ich tatsächlich, um Victoria nochmal ein bisschen in den Arsch zu töten. Ja, Victoria ist auch nicht das ganz erfolgreich, ne? Ah. Ich wurde gewarnt von der Mongolei. Ah, ja. Sind wir das nächste Mal woanders. Gar kein Problem. Wobei, oben. Ich sitze gleich ein bisschen in der Flasche, ne? Ich hab jetzt auf einmal jemanden... Ich hab jetzt hier eine Feldkanone vor mir. Im Norden. So, dann... So, dann... Wird auch keine mehr noch. Ach ja. Oooo... Das wollen wir hier. Ich lasse mich nach wie mir gehen. Ach ja. Das ist... Huch. Was haben wir hier? Oh, oh, oh. Ich glaube, die hast du nicht lange da. Ah ne, dann nicht. Ja, du hast sie schon sehr gut im Schaum. Oh, ja. Und dick noch mal auf den. Selbst jetzt mal auf Pinkel wieder. Machen sie das? Machen sie das nicht. Lalalalala. So mit Kavalerie ein bisschen durch. Boah, die sind auch dann in 6 Zügen unten an der Küste. Die sind mehr her als die Dinger hier. Rhesamus, eigentlich würde die Dinger 1 Cent zurückziehen, um die abzubreden. Wahrscheinlich, wenn die anderen da sind. Also wir müssten gerne hier drücken. Und dann haben sie nicht dafür einen Wert. Händler. So ungefähr 10 Cent. Ja, genau. Wie könnte ich das noch mal sein? Wie könnte ich noch mal sehen? Ich wäre aufzeigen. Du kannst auch da ausschauen. Auf der Laufzeit irgendwas gehen. Nein, wir müssen hier mal. Ich bin jetzt. Oh, was ist denn wohl da? Was war denn so kapiert dann? Hier oben hatte ich das schon. Da ist zu fahren für Gold dazu. Ah, kapiert. Das war dann. Ne, da runter. Ich muss sterben. Ich muss sterben. Ich muss sterben. So. 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 Oh ja, halt gut. Flache Stadtmähbombe. Wie macht ihr denn mal oben eigentlich eine Stadt zu bauen? Ich würde ganz gerne einen Platsch hier haben. Oh, ich kann keine Butter bauen. Das ist ein Siedler oder so, damit du erstmal eine andere Stadt machen kannst. Hab ich auch gemacht jetzt, Siedler. Übrigens, zwei Felder rechts von deinem Bogenschützen, der ganz weit rechts in deinem Territorium steht, ist Öl. Ja, das Öl? Das Öl. Das sag ich dir so schonmal. Okay. Also da, wo diese drei Zahnräder sind, sozusagen. Hast du ja strategisch gesehen? Da hast du wirklich alles vor der Haustür. Ja. 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 Hast du den aus Erdöl erforscht? Doch nicht. Achso. Nee, nee, nee. Erst noch nicht. Deswegen sag ich dir, dass es da oben ist. Gar kein Problem. Baut ein Wunder des Industriezeitalters oder später. Ja. Warum später? Ich hab mal meinen Erkundungstrupp, also mein Späher, mal bei dir ins Zone geparkt. Ja, ja. Heil denn erstmal. Ach siehste, ich hab ja wieder eine Stadt. Warte mal was. Okay. Ja. Tschüss, ich hab. Achja, gut. Gleich mal. Die Königin hat, die Elisabeth, Victoria hat wieder gleich mal verholiert. Ach, ist ja bitter. das ist die revolution da gescheitert so ich möchte sie immer nicht wirklich bauen so die innestadt die ich habe schon voll ausgebaut möchtest du deinen reiterkorb regenerieren den reiterkorb was gerade wegreitet genau das passiert in richtung der reite bringe ich nach oben richtung stadt dafür kommt noch ein anraud runter also das muss ich upgraden definitiv bevor ich damit überhaupt noch was machen kann ich möchte ja auch gerne abwählen aber ich glaube dafür habe ich noch keine richtige erforschung dafür sollte ich aber jetzt einen angriff nehmen die da da dann komme ich vor dem flug aus der republik weil ganz ganz schnell eingefallen eine gefallene republik so beginn wir mal die vorzüge des industriezeitalters zu nutzen dann denken wir hier eigentlich modernisierung ja das ist eigentlich überhaupt gebot ja dann könnte ich nicht wegreißen sagen wir mal erst wie kann man denn hier modernisierungen mitmachen bist du ja alles weiß ich du hast wenn du beim bautrop okay vom bautrop moment da muss ich dem wahrscheinlich noch aufstehen muss auf das feld wo du hin willst hingehen und dort kannst du auswählen dass unten dazu die modernisierungen abbauen wird da ist ein bulldozer zu sehen jawohl ich schaffe ich bin oben weg ich muss da mal was schnell mal noch mal zerlegen wohl eigentlich nicht benötigt eine einwohnerzahl von zehn oder mehr ist ja jetzt tragisch das steht auch schon bald wieder an so 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 hallo ich bin hier in victoria da stehen wir vor den haustüren ich hoffe du freust dich hehehe hehehe aber Pelber fand ich auch schon selber als selbe ich erweitert bin also die stehe ich schon vor meinem stadtcamp die ganze hat sich total bis vor meiner haustüren erweitert was verbrauchen wir nicht machen jetzt sollten wir auch mal langsam expandieren noch ein noch ein noch ein noch ein Was ist denn jetzt hier los? Ah, Haku, mach doch nicht so. Du hast ja den ganzen Lunge heute. Da sind zwei Lander-Helfen. Du hast ja den ganzen Lunge heute noch nicht. Wir nennen es Ländchen, ja. Verstanden. Ja, Landspalte ist schon komisch. Hey, du hast ein bisschen Spalte gesagt, oder? Es ist keine Spalte, aber es ist schon... Dann schicke ich direkt die Flieger auf Erkundung. Hat er nicht gemacht? Muss ich jemanden noch zum Regenerieren kriegen? Nee. Was haben wir denn hier? Oh. Aber erstmal alle Sachen wieder aufwecken und mobilisieren. Das ist dumm, was ich hier gerade mache. Weg damit. Eureka. Ich wurde gewarnt. Von Königin Victoria. Mensch. Da hab ich doch vorhin schon klar gemacht, dass ich äh... Nicht mehr in ihrer Nähe sie denn werde. Komm. Sobald kommen wir uns nicht weg? Wo ist denn da? Schau mal, wo ist denn? An Depressionen. Kommen wir uns nicht weg? ich bin nicht einverstanden was sich wieder die ganze expansionspolitik finde ich ganz schrecklich und alleine dass sie im Playmacht schon viele Truppen investiert hat gefällt mir nicht also bis jetzt ist hier unten kein Barbarenlager oder ähnlicher zu finden negativ ja richtig bis jetzt deine Ruhe momentan haben ja ich will jetzt auch gleich meine Titler loschecken ja wenn die endlich mal aktiv sind wie es wird auch Zeit was ist denn die für ein Lied hier das ist Azeteken ja du hättest mich schon dran ein großer General bildet eine Armee aus einer militärischen Einheit das kann man doch gebrauchen wo ist das Ding denn denn jetzt ist gut aber jetzt nicht ist das Kacke? das ist der General würde ich schon sagen es ist jeder das ist nur Liebe das ist wir schauen das ist es ist wir schauen dass du, was es ist ist es ist aber dann wir schauen wir schauen das ist unser was es ist Mit der Karte Ich hoffe, ich muss nicht so schnell wie möglich wieder überwenden Was? Unsere Verträger sind ausgelaufen Als wir beide gestopfen haben Ja Oh! Kann ich gleich machen, erst wenn du besteh... Ja Kann ja schon so sein Oh, ist aber kaputt nicht Schau ich mir gleich an Äh... Aua! 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 Wir müssen ausgezeichnet auf dem Feld einfach mal ein bisschen drüben rumhalten. Damit das funktioniert, ne? Hier die wunderbare Möglichkeit, ne? Ein bisschen ein freies Tor nach unten zu eröffnen. Das wäre ja so lecker. So, was ist denn hier los? Hm? Da ist der Ding da, aber nö, bringt mir nix Hier weil man möchte eine Hand jetzt, hab gar kein Problem Wenn ich das Ding jetzt hier hinsetze, muss ich jetzt nicht auf eins, zwei, das würde passen Also ich bin jetzt schon sehr weit im Hinterland hier, ne? Also das hat gefunden Sehr schön Ich zerleg die mal kurz Guck mal, der Fische truppen noch viel mehr sind, da ist sogar noch ein Versorgungslager vor mir, damit man hier trotzdem ordentlich was zu essen und zu trinken bekommt Mensch du Hätte ich mich aber auch schon vorher einfallen lassen können Ja manchmal ein Dumbatz Guck mal, ob ich gleich wieder denunziert werde, damit ich die scheiße Bauer wirklich ins Tor habe Ah, ich hab, ich bin, äh, ich hab, äh, die Tiere habe ich auch schon erwähnt, gerade, dass ich schon denunziert habe So, äh, handelt ab Ich hab nix bekommen wieder Ey, ist doch schon wieder ne Runde her Musst du ja ne Runde machen So, wo ist er denn? Au, wieso tun die mir so doll weh? Ach, jetzt hängt da auf jemandem Musketenschützen, die waren vor 3 Minuten noch nicht da, du Arsch Geh mal runter hier Pferdchen Wunsch Wasser So, ach Einbarung ansehen So, abkommen aushandeln Offene Grenzen, offene Grenzen, Einbauung anhaben Angenommen. Ah, meine Leute, wir sterben voll. Ach Mensch, bei der Truppenübung ist doch ein Schlachtschiff mit bei. Ach, ist ja tragisch. Oh, von der Seite kommt auch gleich noch eins. Na, die sterbt, die keine Freunde haben. Okay. Warte. Ja, wie gesagt, also mal. Hier ein Schlachtschiff. Du bist auch der Technologie. Wie viel, wie weit von Korrekt sich? Nein. Also, wenn ich jetzt den Anzeigen hier... Bin ich schon Flugzeuge bauen? Ich glaube, da... Ja, ich kann schon Flugzeuge bauen. Äh, bin ich noch in der Mittelalterzeit. In der Zeit des Mittelalters. Ja, kommt her. Aber du bist ja schon in der Moderne. Ja, also, ich hab dich definitiv falsch gemacht. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich kann auch keine Atomartikel. Oh, Schlachtschiff. Einmal bitte davor der Stadtanker. Ja... Ja... Das ist bloß ein.. Touristikschiff. Keine Angst. Letzt nicht... Ne, also keine Angst haben da oben. ich habe expandiert zwei ladungen was passiert das glaube ich mir als eine karte das gewahr hat dem sehr um schön unterstützt weil ich habe gedacht dass der umgärten hat sich nicht zu erklären aber den händlerkampf hätte ich gleich gewonnen erstmals Ich werde nicht sagen, aber ich habe hier so eine Stadt, die sieht gleich nicht mehr ganz so aus, wie sie da aussehen sollte. Was denn? Was ist ein riesiges Territorium entlang? Ja. Also... Könnten aber immer noch mehr sein. Da sind ja gerade von mir. Das ist mir voll schmuchig, wenn ich gerade so zurückdenke. Oh, ein Teilchen hier. Keine Ahnung. Nein? Ich nehme meinen Speer zurück. Okay. Ruf mal ein Speer zurück. Mal. So. Nicht. Du Kriegstreiber. Moment, der kann angreifen. Der kann angreifen. Ich muss erst mal ganz kurz vertesten. Ich muss erst mal ganz kurz vertesten. Oh, Krieger erklärt. Oh. 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 Aktiv jetzt seit ner Woche Heuer hab ich dann mal wieder nur Relation-Milkert Ich hab 5, hab ich 2 Relation-Milkert, deswegen ist die Gumm-Mechanik mir schon Schon bekannt Wo ist die Kaffee geschwacht Natska, Mensch, ein Handelsweg, ja gerne So, was haben wir noch? Ackert? Natürlich gibt's auch noch einen Handelsweg Natürlich, ich hab gar kein Problem Was braucht denn hier noch mehr Wasser? Wir haben nur noch Kunde sitzen So, und ihr rennt mal da unten Wenn ihr so ein Barbarn-Mest gefunden habt, wird ich auch noch ausgelöschen So, der war doch da Der geht dann da hin, gut Da gehen ja noch alles Ich wurde gewarnt, ich wurde gewarnt Ja, ja Der hat mir eine Nachricht geschickt, ja Okay Danke Danke Ich hab' zu vieler Lust trieb Ich hab' zu vieler Lust trieb Ich hab' zu vieler Tauschen setzen da oben da oben, okay Nur Sklaven Nichts Dem desto gnick Dimmsee Dimmse Wasp, wasp. Untertitelung des ZDF, 2020 Dass die Mongolo einfach durchwascht hier Ist echt nicht feierlich Äh, was kommt denn? Hier gerade auf Achso, da ist eine Kometenschauer Ja, hab ich mir so eine Plastikschäber Die können dann echt zünden Und die kämen aus eine ganz andere Richtung Moment mal, das sagst du das Ding zu tun kann Ja, aber ich sag, du hast ja keine Interkontinentale Raketen Soll ich mal ihn rüberschicken? Also Das wär schwierig Wenn ich die rüberschicke? Ne, für mich nicht Also du kannst aber ja nicht von Jetzt von deinem Von deinem, deinem, äh Stadtsgebiete Über, über den Westen Hier, hier runter... Ne, ich schieß einfach nach oben Ich schieß einfach nach oben Und gucken, wo die runterkommen Ja, ich weiß Aber kannst du eh nicht machen, weil wir noch Verbündete sind Ne, Moment, wir haben nur offene Grenzen Das heißt nichts Das heißt doch lange nichts Du könntest mich auch jetzt hier und wegfegen Hier und jetzt Ja wahrscheinlich Wahrscheinlich schon, ja Wo bliebe denn da der Spaß? Das ist richtig Das ist ja Stadtsstaat, da hat auch keine Freude Oh Das ist so dumm, der kann man das So So Also Also, könnt ihr sagen, der einen Stadt geht es nicht gut Die die oben habe Den Ehnen Stadtstart Hm Der wird grad von zwei Schlachtschiffen in die Mangel genommen nur einheitbenötig Befehle, ist klar erstmal heilen du hast noch 3 Aufladungen ja, der Weltkongress so das gibt doch Pluspunkte wenn ich mir auftaube, dass du mir den Schaden machen nein ach was achten mit Weltkima so oh 10% der Eiskappen haben wir verloren ich habe eine ich habe eine ich habe ich habe 4 plus 4 1,13 aus ich habe das ist scheiße ja ja ich habe fertig du hast ja schon eine richtig blühende Industrie ne ja desto mehr stehen du hast, dass du mehr Einkommen hast und ich stehe noch hier du hast die eine wie gesagt das Wichtige ist immer die verwahrten Dörfer raus zu suchen um zu zu mhm sonst fangen sie an zu überrauben dann komm ich jetzt weg ich weiß richtig dann hast du auf Dauer ein Problem lass dich du hast du hast maniu Bär. Na ja, ich warte mal wieder auf. Gibt das hier irgendwo noch... Du hast die höchsten Produktion von CO2. Obst. Du bist bei 39. Ja, sorry. Die... Ja gut. Es liegt auch daran, die anderen Staaten haben noch die Evolutionsstufe erreicht. Moment doch, die Gallier. Die haben sogar mehr Ausstoß als ich. Okay. Mal schauen. Also, wenn wir jemanden an die Karre pissen, dann bitte aber auch richtig, weil ich kann dafür nichts. Äh, ich hab da... Ich hab da... Ich seh nur... Also... Die... Das ist gar kein Problem, die Ölheizung läuft. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht vorhaben, irgendwie hier auf ewig in Kohlezeit einer zu bleiben. Ja, ich hab mein Gott... Ich hab da noch nie verpasst. Ich hab da noch nie verpasst. So... Und... Wo dreht das Segel? Ach ja... Aber haben wir nicht mehr so zu ziehen? Ach wei... Ja, meiner auch. Die erschließen sich mit der Staten an, oder die werden mit dem Schlachtschiff wieder gepfugelt. Ach, sorry. Du entwickelst dich, du Preparator. Ich bin ein... Willst du damit schon wieder andeuten, ich werde Nordkorea? Nein! Wie viel muss ich denn noch machen, damit ich Nordkorea werde? Also noch mehr anstrengend, wie kann man sich ja erinnern. Ich hätte ja nie gesagt, dass du Nordkorea wärst. Nie und immer. Okay, da fang ich jetzt an langsam Atombomben zu erforschen. Hey, ne Fresse hier. Habe ich schon... Was? Was denn? Ich möchte ja noch hier gerade diplomatisch anmerken, dass ich gerade gesagt habe, ich würde es nie unterstellen, wie Nordkorea zu sein. Noch nie unterstellen. Nie im Leben. Ja. Diplomativstatus neutral. Neutral. Heute, heulschaftlich gesinnt. Er ist solange neutral, bis die Atombomben kommen. Das sage ich euch. Hätten uns ja mal andere Kerzen, die man auspusten kann. Sollte ich schon mal denken? Dann gehe ich hier äh... Qualität zu schließen. In England. Die haben... Die haben gute Tendenzen. Die Schlachtschiffe sind echt nicht so stark, wie ich gedacht habe. Seid jetzt ernsthaft nicht. Ich dachte, sie sind ein bisschen stärker. Da zieht sich vielleicht nur ein bisschen hin. 65, warte... 84. Okay, ich glaube mir wahrscheinlich auch die stärkste Stadt ausgesucht, die ich hier im Umkreis habe, ey. Ja. Ich bombardier hier gerade Mauern, die sind jenseits von gut und böse. So. Woher kommen wir... Heimbauungsvorstand von der Mongolei. Das wird nochmal gespannt. Hier waren Kohle von mir. Und die heilige Lanze. Ich hab da wohl gesoffen. Die Lanze bleibt. Im koreanischen Besitz. Die Schlachtschiffe haben wir einen Tag Pause. Schade. Ich wollte gar ein... Handelssch... 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 Was kann ich nicht. Geht zu mir. Mhm. Also eh nach... 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 Was ist zur Hölle, wie sie sagt, katholische Bissdreck hier bei mir? Da. Jetzt haben wir ihre Mauern und auch Uppeln. Das ist ein Dreckig-Same. Das ist ein Dreckig. Das ist ein Dreckig. Das ist ein Dreckig. Das war dein Siedler. Von gesehen. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ja, ich möchte die Einheit löschen. Ich bin heute sehr kreativ und mein steht in der Musikmasser. Einige Einheiten muss ich behalten. Sonst bin ich verteidigungsunfähig. Sonst bin ich verteidigungsunfähig. Okay, jetzt brauche ich direkt erst mal ein paar... Oh, verfahren. Ja, geil. Missio. 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 So. Was haben wir denn da oben so noch? Wer ist dat? Achso. Ich hab schon mehr vergessen, dass ich da mit jemandem im Krieg bin. Ach, schön. Kann man mal machen. So. Kann ja mal passieren. Ja, das ist wahr. Nur ich hab das Qual. Das war immer sehr niedrig. Aber das Problem ist, ich hab nicht genug Möglichkeiten. Ich hab mir da einen Siedler hier. Ich hab mich weg. Egal. Au. Hab mich jetzt ja angegriffen. Vulkanausbruch. Wenn der die Kriege. Ist ja hässlich. Ah, das ist ja hässlich. Äh, dann verlagere ich kurzzeitig die Kanone hier. Und mobilisiere meine Kräfte. Dort rüber. Ich posiziere mich bis zum Rahmen, wo ich da regnen kann. Zeig mal. Auf. Perfekt. 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 Oh, das war ok. Ich hoffe, er trifft jetzt hier nicht einig. Die Maske hat hier in den Brunnen Re zoomt in. Das war's für heute. Es stimmt ja, achso. Eine Einheit hat nur, illerbehördigt. Nein! Hey, ich bin dunkle Zeit, Alter. Hat du Lust, Magdeburg auch? Ja. Hat Magdeburg schon Mauern gehabt? Nee, ne? Ja, hat er. Das ist ja bitter. Ah, meine Klorasierer sind auf mich. Da ist ein Hübscheid, ich kann auch gerade noch was verloren. Du, warum ist die Klorasierer? Daher rutscht. Nee, du hast halt nicht genug Punkte gesammelt, ne? Du hast halt nicht genug Punkte gesammelt, ne? Du hast doch auch nicht. Ich bin vielleicht mit dem Schiff da durch, ey. Ja, das ist der Partik als nächstes. Okay. Wie? Das ist ja, das ist doch nicht genug. Es geht nicht nur in der Kloroang. Okay, als rdramatic kurzs grouph стр Strasser Cela Soll ich da ein bisschen wieder... Ah, das ist ja das Lager von denen ab, welch eigentlich auch? Und noch 4 runter die Panzer Ist ja wieder rausgeflogen Jo Wir liegen gerade, jetzt ist es 3 viertel 3 Leute wollen wir uns heute feiern machen? Warte halt davon Und noch ein stücke weiter Jetzt muss ich gerade mal gucken, gibt es eigentlich Oh, da ist wirklich ein Workshop für das Pilkameichbund Da hat er gerade nichts zu Da gucke ich gerade mal so den Workshop durch, solange die Erde da noch braucht Da gibt es sogar Sheets Jetzt nichts für mich Ich würde eher sagen, wie dieser Brot heißt, wo man halt oben rechts diese ... Ah, ja Musik 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 Er zeigt doch nicht mal den Mod, das ist einfach bloß, und ansonsten ist es dann ein Titelbild. So, da ist er ja wieder. Und gerade überlegt, wollen wir jetzt noch weitermachen oder nicht schlafen? Guck mich. Egal. Weil, ne, ist jetzt kurz vor 3 ab. Ich seh's doch. Ja, sonst hauen wir uns jetzt lang und dann spielen wir nachher nochmal, Alter. Ich muss mir vorschlagen, weil ich hab kein Blu-Screen gehabt. Ich kann's auch. Ja, läuft ja gut bei dir. Ich hab... Ich hab ja... Es geht ja relativ schnell bei mir. Ja, ja, das ist ja... Wir haben halt gesagt, das ist nix... Wir sind nicht... Du, es passiert nicht einfach so. Ey, das hat aber was mit dem Rechner zu tun, nicht mit dem Internet. Ne? Der Blu-Screen ist immer Hardware. Das hat immer was mit dem Rechner zu tun. Richtig. Deswegen... Bei mir lass ich gar nicht in den Nebenbei die Diagnose laufen. Ey, dann lass doch über Nacht jetzt rufen. War für euch doch Feierabend. Ja, will ich auch sagen. Okay. Ey, ich krieg... Ich krieg... So, wie war die erste Runde für dich? Das war cool. Auf jeden Fall. Ich hab viel zu viele Fehler gemacht. Nichts mit diesen... Weil sonst hätte ich schon mit den Zivilisation stabilisiert. Aber nein, bin ich nicht. Ich bin auch mit Leitauf gefangen. Ja, ich war grad... Gut, hm. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte... So vom Tutorial hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Ja, es gibt quasi kein Tutorial. Nein. Okay. Das musst du eins von Pontoroli durchlesen. Ja. Gucken. Überlegen. Moment, es gibt hier ein Tutorial. Es gibt ein Tutorial, ja. Aber das hätte ich jetzt spielen müssen. Ja, das hast du ja Zeit. Ja, nee. Ja, vielleicht kriegen wir den... Den Uwe auch noch dazu. So, das ist ja dein Partner. Ja, okay. Ihn zu nerven. Ich weiß nicht mal, hat er das? Ich bin jetzt wirklich gespannt. Hat er einen Zähl, hat er das nämlich... Also, müsste er einen Steam haben, weil über Xbox oder so... Kenne ich das eh nicht. Ähm... Nö, 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 nö... Ne, hat er noch nicht. Ja, Mensch, da würde er sich freuen, was er Weihnachtsgeschenk. Oh, sehr schön. Und wenn er vielleicht nicht haben will, ist mir aber egal. Dann hat er's. So sieht das aus. So, gut. Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, ähm... War schön, hat Spaß gemacht. Und... Ja, wir sehen uns dann nachher nochmal. Auf jeden Fall. Wir hören uns nachher nochmal an. Gut. Dann bis später. Bis später. So. Gut, Leute. Ihr wisst ja, was das heißt. Genau das hier. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, Leute. Ähm... Wie gesagt, nachher machen wir einfach nochmal eine Runde. Gucken wir einfach mal. Und... Äh, ich hoffe, das wird dann besser mit Inferno. Ansonsten... Ja, dude, das war jetzt irgendwie so häufig. Ist jetzt nicht unbedingt das große Problem. Ähm, aber... Ihr könnt verstehen, warum es mit ihnen nervt. Ähm... Da muss man halt gucken, ne? So. Nichtsdestotrotz. Es war auch schön mit euch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und... Eigentlich würde ich gar nicht so lange streamen, aber... Hey, ne? Was so alles möglich ist. Mensch, Mensch, Mensch. Gut. Ähm... Dann... Was wollte ich denn jetzt machen? Sagt mir das mal außer aus. Ja, genau. Ist mir total ent. Nein. Was wichtig ist? Hm... Ähm... Nö. Wir sind nicht mehr. Gut. Dann wünsche ich euch, äh... Einen schönen Abend. Gute Nacht. Schlaft schön. Und... Ja, ich mache jetzt kurz einen Schmerz. Heute geht es wieder. Irgendwas überlege. Ähm... Bis nachher. Tschüss. transferring. Ich trache. Eins mache ich jetzt noch. Ich mache euch jetzt noch die beste Beben an... ...wartet überhaupt gar. ...in Civilization. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020